Yo! Was geht ab oder was? Wiki, 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 wiki. 70. Folge, 7.0. Es sind noch 30 Sekunden, Felix, und ich ist meine Intervallfastenzeit gebrochen. Ja, ja. Ich befinde mich nämlich derzeit im Zustand der Ketose. Würdest du dir einmal kurz erzählen, was es bedeutet. Erklär es mir bitte. Ich weiß aber, was Intervallfasting ist. Erklär es nicht mehr, erklär es den Zuhörer. Level 6, nach 12 bis 18 Stunden, Felix, sind im Zustand der Ketose. Jetzt wird die Körper durch die Fettumwandlung mit Energie versorgt. Sie befinden sich in einem Stoffwechselzustand, der man als Ketose bezeichnet. Das Glykogen ist beinahe aufgebraucht und ihre Leber verwandelt. Fette, fette, fetti? In Ketotkörper um. Eine alternative Energiequelle für ihren Körper. Wenn jetzt einer reinkommt, vergesse ich mich. Fettreserven werden leicht freigesetzt und verbrannt. Daher wird Ketose manchmal als der Fettverbrennungsmodus des Körpers bezeichnet. Ketose erzeugt weniger entzündliche Nebenprodukte und bietet somit gesundheitliche Vorteile für Herzstoffwechsel und Gehirn. Cool. Warte. Aber du rottest ja unsere Zuhörer. Ja, ich würde fast beenden. Oh, jetzt können wir eigentlich eine Younberry poppen. Geil. Ist jetzt vorbei? Ja. Oh, geil. Mike. Wir haben hier nämlich was, was ihr da draußen wahrscheinlich noch nicht hattet. Und zwar Rehbul Jumberry. Hattie. Die neue Sommeredition. Ich habe sogar eine CD-Box bekommen. Ja, du wirst auch bezahlt. Nee, du nicht? Nee, ich habe nichts bekommen leider. Lustig. Ist geil, ne? Unser Podcast. Kriegt nicht einen Cent dafür, dass wir die hier jetzt in die Kamera halten. Er schon. Ey, bester Freund. Lass dir schmecken. Brauch nicht anstoßen. Ich glaube, ich habe es recht. Ich habe es vergessen. War so lecker. Mahlzeit. Mahlzeit. Als unbezahlter Burger möchte ich sagen, mein Favorite. Also bis jetzt für mich, ich habe die vor zwei Tagen das erste Mal in mich reingeschüttet. Für mich die beste Sorte bis jetzt. Ist so krass. Würde ich aber auch sagen. Ich weiß auch nicht, an was, also an irgendwas erinnert mich das. An Sommer und Red Bull. Nee, also an irgendwas, was ich schon kenne, aber auch Red Bull. Oh, er hat okay, checke. Weißt du irgendwas? Ich schmecke gerade eh nichts, weil ich schnupfen habe. Weiß Gott, warum. Ich kann es doch nicht sagen. Freunde. Hatte erst Corona. Kurz das ASMR. Es handelt sich für die Leute, die es nicht auf YouTube gucken, was giga cringe ist. Über, ja. Also ihr müsst auf jeden Fall, Leute, wir haben ein neues Podcast-Studio. Was war das gerade? Kurz mein Ohr gejuckt. Also, wir haben ein neues Podcast-Studio. Komplett geil ausgeleuchtet. Komplett geil hier im Experion in Köln. Sehr geil, dass wir es hier machen können. Ja, aber auch sehr nett von uns, dass wir es hier machen. Ja. Muss man ja sagen. Ohne Witz, das Ding ist halt, ohne uns wäre das hier halt untergegangen. Also nicht das Experion, aber die Podcast-Sektion vom Experion. Ja. Wir haben halt hier, Wer dreht hier noch? Wer dreht hier noch? Kaffee, Taffee, Kaffee, Walmart oder so was heißen die. Ja, cringe, cringe, cringe. Und damit dann dieses wirklich teure, schöne Studio hier auch genutzt wird, sag ich mal, und zum Einsatz kommt, ja, dachten wir, wir machen das ja einfach mal. Guck mal, haben wir uns jeder gerade hier so Red Bull-Junberry in dem Red Bull-Automat für drei Euro gekauft, so einfach, um da auch mal ein bisschen finanzielle Dankbarkeit hier zu lassen. Zu zeigen, ja. Ein paar Almöschen und sowas. Ja. Ne, geile Sorte. Also, die Sorte sieht blau aus, also die Dose ist blau. Wie ich letztes Wochenende war. Ja, hast du getrunken, du fetter Wichser? Ne? Ich nehm ab, Bruder, das ist so frech, dass du mich fetten ansstammt, mich zu unterstützen. What the fuck? Du unterstützt meinen besten Freund. Hast recht. Du machst, du schaffst das. Danke, Bruder. Ich find das richtig auch geil von dir. Danke, Bruder. Ich find das geil. Weißt du, wie ich dich unterstütze? Wie denn? Ich werd das heute auch anfangen wieder. Aber warum, du bist dünn? Ich bin nicht dünn. Bruder, du hast richtig auch geilen Sweat, also du hast geilen Style. Das gefällt mir gut. Letztes Mal wurde mein Style geflamed in den Kommentaren. Ja, hab ich gesehen. Hast du gesehen, ne? Ja, ich saß mit einer Joggyhose und Hochwasser da. Ja, aber da muss ich aber auch sagen, die Schuhe, also ich feier die Schuhe, die ich da anhatte, so Adidas, Auxilias waren das, aber auch mein Homie Proxy, der hasst die auch. Wirklich? Der macht mich jedes Mal runter, wenn ich die anhabe. Ich fand diese Bauarbeiterhose von dir, die fand ich weird, aber deine Schuhe und so sind eigentlich sehr fresh. Und ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf dich. Warum? Nicht nur bester Freund, sondern auch sowas wie dein Ziehvater, weil ich auch dein Gott echt auf den Arsch gefickt hab. Muss ich sagen, du hast mir eben deine Story erzählt. Weißt du was? Ich will, dass du die Story selber erzählst. Welche Story? Die Rauchy-Story. Ah, die Rauchy-Story. Und da muss ich wirklich sagen, stark. Weil ich hab auch eine ähnliche. Wir haben ja jetzt schon beide als beste Freunde lange nicht geraucht. Du warst Raucher, würde ich schon sagen. Ja, starker Kettenraucher. Starker Kettenraucher, ja. Ja, also auch noch, als du in deiner alten Heimat gewohnt hast. Und ich hab so in Köln, als es mir so schlecht ging, weil ich irgendwie ewig lang keine Wohnung gefunden hab, hab ich so gedacht, okay, jetzt kaufe ich mal cool mit Zigaretten. Ja, ey, das war wirklich random. Ich kannte dich ja schon ein bisschen länger, also auch schon spannender und so. Felix hat wirklich angefangen zu rauchen, als du nach Köln gezogen bist. Ja, ja, weil ich... Du hast immer gesagt, du fetter Wichser, mal aufzurauchen, übel cringe und so. Hab mal drüber lustig gemacht, aber ich hab einfach wirklich keine Wohnung gefunden und es war auch so... Dominik hat so getan, als wäre er mein Vater oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir das genau gemacht haben. Der ist mitgekommen zu einer Wohnungsbesichtigung und hat halt so gesagt, ja, okay, und hier und da musst du mal lüften und so weiter. Also der hat richtig krank geroleplayt. Boah, geil. Und ich dachte so, die Wohnung ist safe und so eine Woche später kriegst du die SMS, dass es halt nicht klappt. Boah. Und ich denke, ich war halt so getrümmerbohlen, hab ich halt angefangen zu rauchen so ab und zu mal. Einfach Wohnungssuche in Köln. Komplett dumm. Ja, da fängt man einfach an. Geil. Und dann aber rauchen fand ich schon immer scheiße so. Also fand ich auch scheiße, während ich es gemacht hab. Ja. So, also, und dann hab ich aber diese, weißt du, diese Elfbars halt waren ja damals so. Hab ich doch ein bisschen mal geraucht, immer mal wieder. Oder Elfbar war auch mein Tod. Komplett cringe. Und auf jeden Fall bin ich jetzt seit dem circa dem, ich weiß gar nicht mehr genau, also 15. oder 17. Ich weiß nicht genau, ab welchem Tag ich das wirklich durchgezogen hab. Aber seit Anfang des Jahres hab ich gesagt einfach, ey, von heute auf morgen, ich mach's einfach nicht mehr. So, ich mach's einfach nicht mehr. Und dann haben wir auch das zusammen dann durchgezogen. Du hast ein bisschen früher angefangen. Ja, ja, ein bisschen früher angefangen. Ich wollte gar nicht aufhören, mein Chat hat mich gezwungen. Oh mein, ich muss gleich noch erzählen. Erzähl jetzt mal weiter. Oh ehrlich, ich weiß schon, was du erzählen willst. Aber, genau, und gestern war ich essen mit einem Kumpel noch abends, nach dem Stream, und der raucht halt. Und immer, wenn ich mit dem sonst essen war, oder wenn ich mal bei ihm zu Besuch war, dann war das halt irgendwie gang und gäbe, dass man sich so eine Zigarette anbaut hat. Das ist ja bei Rauchen irgendwie so. Und so ohne zu zögern, einfach so während des Gesprächs hat er so eine Zigarettenschachtel zu mir gedreht. Ich hab jetzt einfach eins genommen aus Reflex, eine Zigarette. Auch der Gold war normal. Das war eine goldene. Okay. Eine güldene. Eine güldene, okay, okay. Warum? Weil ich find, also... Schon geil, wie du auch direkt daran denkst, dass mein Bewerber ist. Oder einfach, ja, obviously. Ich war halt immer so der Goldtyp. Irgendwie, weil, keine Ahnung, und diese Normale war mir zu stark. Gold war immer so, du hast diese... Bruder, ich schreibe da jetzt nicht drüber. Nee, 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 nee. Rauchen Scheiße, what the fuck. Oh mein Gott. Du kannst ja ruhig sagen, wie dein Empfinden damals war. Ja, keine Ahnung, also die Normalen, die waren halt zu stark. Gold war immer so das Mittelding. Du hast es gemerkt und so, aber das war halt einfach... Kein Ahnung, Bruder, diese goldene Verpackung, das war für mich ein Lebensgefühl. So nach dem Essen, wenn du das erzählst. Das war nicht mal dieses Rauchen an sich, sondern einfach so dieses... Das hört sich so richtig normal an, dieser Vibe. Ja, dieses Happening. Ja, das Happening. Das Soziale und so Rauchen. Ja, ja. Was soll ich dir sagen? Irgendwann wird es gesund geben in irgendeiner Form. Und dann hab ich halt eine genommen und ich meinte so, ich rauch gar nicht mehr. Bruder, ich rauch gar nicht mehr. Warum nehme ich mir das? Aber stark, stark. Und dann hat der gesagt, jetzt hast du eine Hand, jetzt musst du auch rauchen. Das war mein Scheißfreund eigentlich. Nein, das ist ein guter Homie. Und dann hat er die so angezündet. Und ich hab die dann einfach in der Hand ausbrennen lassen. Und allein das hat sich dann irgendwie cool angefühlt, dass ich gesagt, mach ich nicht. Bruder, aber trotzdem, das ist kein geiler Move. Wenn man weiß, dass er aufgehört, kannst du nicht machen. Ich weiß nicht, ob der das halt so wusste, dass das halt schon so lief ist. Ich hab ja nur gesagt, bro, ich rauch eigentlich nicht mehr so. Weißt du so? Also kann ja auch sein, dass er so dachte, vielleicht die erste Zeit einer Woche. Okay, okay, check, check. Aber ja. Ich hätte ja auch sagen können, zünd nicht an oder so. Aber da hast du wirklich mit der Kippe in der Hand und hast dich einfach ausbrennen lassen. Ja. Ich bin fast schwach geworden, muss ich dir ehrlich sagen. Echt, ja? Ja. Ich war, das war sogar jetzt, glaube ich, letztes Wochenende, war ich das erste Mal seit Karneval wieder richtig saufen in Köln. Und es war eigentlich super random. Also warst du fertig mit der Story? Ja, ja. Okay. Wäre doch Zeit. Quatsch, wäre ein bisschen viel irgendwie heute. Ich weiß nicht, wie ich mich hier hinsetze gerade. Ja, ich fühle das hier. Es ist gemütlich, aber ich weiß auch nicht, weil dann sieht das dumm aus. Aber ist doch... Guck mal, ich habe mir heute extra eine längere Hose angezogen, weil ich das so schlimm fand, das Bild. Und Arno hat zu Julia gesagt, sie findet das super, dass ich gut erzogen bin, weil ich mir letztens war. Der kriegt nicht genug Geld. Shoutout an die Bildregie. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Achso, Arno hat gesagt, ich bin gut erzogen, weil ich, bevor ich meine Stinkefüße hier auf die Couch gemacht habe, meine Schuhe ausgezogen habe. Da meinte Julia so, naja, man hätte auch die Füße komplett unten lassen können. Aber ich finde, man kann auch klein anfangen. Man kann auch kleine Brötchen machen. Wie? Aber ist doch nicht schlimm. Ich will ziemlich nackig aus. Weißt du, wer die sind? Lass ja keine Shitsteins hier auf dem Sofa. Wer hat das gesagt? Julia. Nein, wer? Was war vor? Anu. Wer ist das? Anu? Ach, Anu. Anu. Ich habe Alu verstanden. Anu. Achso, ja, ja. Doch, klar. Genau. Auf jeden Fall, ich war das erste Mal seit Karneval richtig saufen wieder. Und zwar, wir wollten eigentlich nur bei Henke eine Shisha rauchen, weil ich rauche nach wie vor Shisha. Suchtverlagerung, ich perfekte Loser. Und er meinte, der fette Niklas so, der uns eine Woche vorher noch erzählt hat, hey, saufen voll kacke, ich bin jetzt erwachsen, ich fühle Mackies nicht mehr und saufen nicht mehr, keinen Bock mehr. Meinte Niklas dann, ich möchte heute unbedingt saufen. Ja, das ist doch alles schön und gut. Ich will eigentlich nur eine Shisha rauchen und dann wieder nach Hause. So, weil ich keinen Bock, wollte eigentlich CSGO spielen. Dann waren wir bei Henke, hab noch Niklas abgeholt, weil ich ein guter Freund bin. Niklas kam mir entgegen und ist in mein Auto eingestiegen mit einer blinkenden Velvet Air Flasche und einem Mischgetränk. Du verarschst mich ja jetzt, aber du bist ja voll krank. Wirklich? Oder mit einer blinkenden Wodka Flasche. Ist er ins Uber eingestiegen? Nee, in mein Auto, ich hab ihn abgeholt. Da hat sich das Zeug schon im Auto reingeknallt. In einer blinkenden Velvet Air? Ja, der ist krank. Der ist wirklich alkoholkrank. Und dann sind wir zu Henke gefahren und Henke hat da einen Kopf gebaut. Ich hab den Tabak mitgebracht von meinem Tabak, der jetzt auch bei Henke steht. Hab ich bis heute kein Danke für gehört, aber egal. Ja, aber von Henke hörst du nie was. Nee. Von Henke hört man nie irgendwas. Nee, nee. Ich hab Henke auch gefragt. Das kann man auch öffentlich erzählen. Ich hab gefragt, hey Henke, kannst fünf oder acht Mal hab ich gefragt, Henke, du kennst ja viele Tätowierer, lässt dich auch tätowieren und so. Könntest du mal nachfragen, ich möchte mir ein Mini-Twitch-Partner-Tattoo stechen lassen. Das dauert zehn Sekunden. Ja. Glaubst du, da kommt mal was? Nee. Digga, auch heute geil, eine offizielle Bezeichnung, Friends of Red Bull. Also du kriegst, wenn du die anschreibst oder wenn du irgendwas brauchst oder wenn du auf Events oder so bist, kriegst du halt ein Vorbändchen. Geil. Richtig. Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel gesagt hätten oder wenn wir jetzt zum Beispiel, Mike kann auch sagen, hey, wir brauchen mal Red Bull für irgendwie unser Studio oder so, dann würden wir das geschickt bekommen. So. Und auch die neue Sorte zum Beispiel. Dauert dann halt jetzt natürlich, weil die ist jetzt ein bisschen neu so. Ach so geil. Xpion hat die schon auch in der Bar und wir haben die jetzt einfach bezahlt, hätten wir natürlich auch so gemacht, also weil ich das Getränk einfach feiere. Und ich habe so vorhin mal vorsichtig nachgefragt bei Henke auch einmal so, jo Henke, weil der arbeitet ja hier und meinte so, ja, habt ihr oben noch zwei Juneberries zu stehen für Podcasts? Und er so, die Antwort war, ich weiß nicht. Weil er guckt auch nicht. Sag doch einfach, also was ist das dann? Er könnte vorsichtig eine Palette stehen sehen, er würde sagen, ich weiß nicht oder nee oder so. Ja, scheiß drauf. Scheiß wirklich drauf. Ich finde, wir sollten in jeder Folge jetzt einfach eine Passage entweder Henke oder Niklas Bärchen einbauen. Oder beide. Oder beide. Wir haben früher über Niklas gebashed und es geht ja mit Niklas noch weiter. Und wir waren dann bei Henke und ich bin dann mit dem Auto hingefahren und so und ich hatte eigentlich, das habe ich früher manchmal gemacht, weil ich saufen wollte, habe ich mein Auto irgendwo stehen lassen. Einmal auch vor dem Club einfach und dann wusste ich am nächsten Morgen nicht mehr, wo es steht, bis es mir eingefallen ist. Wir waren feiern eigentlich komplett dumm. Wirklich? Ja. Das war ja, keine Ahnung, 18, 19. Und dann waren wir so bei Henke und ich wollte dann eigentlich nach Hause fahren und so und dann meinte Niklas und Henke so, ey Henke auch richtig Bock gehabt, lass uns Mackies in diese Karaoke-Bar. Jetzt dann an dem Tag mit der Belvedere-Flasche oder was? Ja. Okay. So und dann meinte ich so, ach Digga, eigentlich gar kein Bock. Die so, ja doch, komm. Und Henke meinte dann, ja ich fahre mein Auto hier ins Parkhaus und so. Henke hat ein Auto? Ne, meins. Ach so. So und dann meinte ich so, ja okay, habe ich halt auch so eine Wodka-Mische getrunken, habe mich da breitschlagen lassen. Der hat Henke, ich war dann auch irgendwie richtig schnell Hacke, der hat Henke mein Auto ins Parkhaus gefahren, damit wir von hier dann ins Mackies können. Mackies ist auch richtig kacke geworden, war am Anfang richtig geil. Findest du kacke? Ja, finde ich scheiße. Mackies findest du scheiße? Ja, übervoll. Es ist irgendwie weirde Leute da und so. Es ist einfach, also es ist nicht mehr so dieses Underground-Ding auf cool. Boah krass. Es ist einfach super überfüllt, da sind teilweise Agro-Leute. Hast du mitbekommen, dass wir auch im Podcast teilweise Mackies so übel gepusht haben? Ja, Mackies ohne Scheiß. Mackies glaube ich wurde, weil es dann auch irgendwie in einem richtig großen Podcast erwähnt wurde, durch... Wurde das mal? Ja, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Irgendwie von irgendeinem Comedian oder so wurde es im Podcast erwähnt. Weil Niklas und so haben das ja auch, im Edel-Talk war das auch schon mal, wurde Mackies erwähnt und so. Also es ist richtig big gegangen, dadurch, dass halt diese ganzen Kölner-Bubble da immer wieder hingegangen ist. Ja, auch in der Gamescom-Site, alle waren da. Ja. Oh, alle waren da. Viel FIFA, viel... Dadurch ist es aber uncool geworden. Also legit, dadurch finde ich, ist es einfach uncool geworden. Es ist einfach... Statement, Digga, Statement. Es ist einfach voll, es ist jetzt Mainstream so, aber du kannst da nicht mehr entspannt chillen, du kannst da nicht mehr richtig singen, wenn du dich da einträgst. Bruder, es sind unironisch 80 Leute vor dir. Das ist scheiße. Ohne Witz, aber da müssen die auch... Ohne Witz bei Mackies finde ich das so kacke, oder was heißt kacke, aber die wissen halt, wer da auch oft ist und zum Beispiel letztes Mal hatte der Mann von Mackie, der Bernd, hatte Geburtstag letztens. Ja, stimmt. Und da durften auch wir dann ans Buffet ran und so. Das war richtig geil. Und die wissen auch schon, die kennen ihre Schweine auch ein bisschen am Gang. Ja. Aber ich finde, man sollte da auf jeden Fall irgendwie als so oft gesehener Gast oder als jemand, der einfach da fucking Umsatz bringt oder so, weißt du? Das ist ja was Besseres als die normalen da. Das meine ich gar nicht, aber wir sollten einfach, oder alle die Leute, oder im besten Fall auch einfach jeder Gast, sollte einfach eine, ja jeder Gast ist, ich kann keine Ahnung, wie man das richtig macht, aber wir sollten auf jeden Fall eine Free Wish nach vorne Ziehung haben, jedes Mal, wenn wir dann kommen. Dass wir einfach hinkommen und direkt einen Song singen können. Ich finde einfach, man könnte es so klar, die wollen... Das war genauso eklig wie der aus dem Ommel-Video auf YouTube Zabex. Ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ich finde, man sollte es einfach so machen, ich verstehe auch, die wollen Umsatz machen und so, aber habt doch einfach so ein Limit, wie viele Leute reinkommen, weil es da viel chilliger ist. Alles gut? Ach, scheiß Kokain. Alles gut? Alles gut, krass. Geht es dir in Ordnung? Ja. Geht es dir geil? Boah, das ist schlimm gerade. Mir geht es richtig geil. Mir geht es auch geil nach der Juneberry. Nach der Juneberry. Auf jeden Fall waren wir Mackies dann, bla bla bla. Ich habe auch Mackies, du trinkst da zwei Drinks, du bist halt Hacke, keine Ahnung, musst du da reinmachen, ich mache das Tape Drogen rein oder so. Da bin ich irgendwann mit dem Uber nach Hause gefahren, um vier oder so. Henke auch, wir waren vorher noch bei McDonalds. Digga, Niklas ist alleine da geblieben, alleine Mackies. Wir waren zu dritt, Niklas ist alleine dort geblieben und haben uns halt erzählt, der war irgendwie noch bis um sieben Uhr unterwegs und so. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht und ich habe für mich wieder gemerkt, Digga, dieses sich besaufen, saufen gehen, ich fühle das nicht mehr. Digga, ich weiß auch gar nicht, was mit mir da passiert ist, also nur im guten Sinne, aber ich trinke auch kein Alkohol mehr. Ich auch nicht, ich mache nichts Schlimmes mehr. Ich habe den, sorry, Mike, muss ich mir angewöhnen. Tut mir leid. Ich habe mir jetzt für den Stream, weil ich wollte halt mal was trinken, was nicht unbedingt so ultra süß ist. Ja. Ich habe mir ein Scherfhofer Grapefruit alkoholfrei geholt und ein Desperados alkoholfrei. Okay. Und ich finde es übel geil. Ja, alkoholfrei. Ich feiere das. Ich fühle das auch. Bro, Scherfhofer Grapefruit alkoholfrei, erstmal schmeckst du keinen Unterschied. Und zwar, also finde ich, ich finde alkoholisch, du schmeckst bei diesen Mischgetränken keinen Unterschied wirklich. Und ich finde so dieses Herbe an diesem alkoholfreien Bier ist einfach so krank erfrischend. Ich glaube, das wird mein Go-To im Sommer, so alkoholfreies Bier. Ja, das habe ich das erste Mal im hiesigen Club habe ich das erfahren. Da habe ich auch ein paar Leute besucht und wollte dann halt irgendwie, ich hatte, Henki war auch da und so und ich hatte einfach Bock auf Bier. Ja. So auf diesen Geschmack. Weil ich finde unironisch Biergeschmack geil. Ja. Und ich trinke halt gar nicht, wenn ich Auto fahre und nicht ein Bier oder so. Also ich fahre einfach 0,0 so. Und dann meinte ich so, yo, habt ihr so alkoholfreies Bier? Und dann haben die dann mir einen Kasten alkoholfreies Flens hingestellt. Fahre ich tosgeil. Ja. Da habe ich mir bestimmt acht Dinger von reingedonnert. Das ist geil. Weil ich es einfach, das hat richtig wenig Kalorien und es schmeckt einfach geil. Ich fühle einfach, also früher, ich habe, das war ja immer ein Joke und so, aber ich habe echt früher viel getrunken so und auch viel kompensiert damit. Aber ich finde einfach das Gefühl mittlerweile drunk zu sein und mein Gesicht wird jetzt so rot und heiß. Ich finde das scheiße. Ja. Und ich bin aufgewacht, am nächsten Tag, Bruder, mir ging es den ganzen Tag scheiße. Ich hätte den ganzen Tag im Bett bleiben können, der Samstag war verständlich. Boah, oder betäubst so lange deine Nerven und so, bis du halt so dizzy bist. Das ist einfach krank. Ja, ist Bullshit. Und trinken ist auch einfach, also es ist einfach, du wirst halt, du wirst nicht entspannt, du wirst meistens einfach asozial. Ja. So manche Leute, also wirklich, die meisten werden so unausstehlich, wenn die drunk sind, so richtig eklig so. Ich mag, ich finde das irgendwie wack. Ja, und dann am nächsten Tag, man fühlt sich dry out, so man fühlt sich einfach kacke. Ist einfach, es hat, vor allem man ist halt, ich bin richtig aufgequollen am nächsten Tag und es ist einfach ungesund. Man fühlt sich einfach scheiße. Ja, nee, das ist es nicht. Ey, ich hoffe einfach, dass Gras legal wird, Digga. Ja, Bro, oh mein Gott. Und dass es eine Führerscheinregelung gibt, dann kann ich wie einfach am Wochenende mal ordentlich fetterein, barzen, Digga, und dann ist gut. Ja, ich würde auch barzen. Also ich würde nur barzen noch. Ja, dann würde ich auch gar keinen Alkohol mehr trinken. Ich habe den feinsten Whisky bei mir im Bühlschrank. Machst du doch aber eh nicht. Was? Du trinkst doch eh keinen Alkohol mehr. Ja, halt am Wochenende mal oder so. Aber trinkst du doch noch Alkohol ab und zu? Also sehr selten. Jetzt zum Beispiel, wo ich saufen war, aber nicht mehr so jedes Wochenende casual. Oder wenn wir jetzt am Wochenende in der Shisha war, so trinke ich halt, ich trinke halt Bier, zwei Bier und das ist gut. Ich sauf mich nicht voll. Ich trinke halt dann Bier gerne einfach. Aber ey, imagine Gras legal. So, es gibt irgendeine Führerscheinregelung oder Freitags mal schön irgendwie, keine Ahnung, nach dem Stream, irgendwo im Sommer parken. Bruder, das Universum ist schon groß, ne? Das ist doch geil, das ist doch geil sowas. Aber Drogen sind natürlich trotzdem scheiße. Ja, macht das nicht, raucht nicht. Freunde, trinken ist giga cringe. Das cringigste, was ihr machen könnt, ist rauchen und elfbar. Und fast noch schlimmer ist halt eigentlich Alkohol. Das Älteste beim Rauchen ist einfach dieser Vibe. Wenn das nicht wäre, ist so. Also wirklich das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist Alkohol trinken. Ich glaube Zigarettenrauchen ist gar noch ein bisschen schlimmer. Ich glaube nicht. Aber du gefährdest du, obwohl du gefährdest auch mit Rauchen natürlich anderen Leuten, Passivrauchen so, aber mit Alkohol machst du einfach leichtsinnige Scheiße, fährst andere Leute tot, fährst, wenn du alkoholisiert Auto fährst, fährst deine Freunde mit gegen den Baum und so. Ja, dafür auch keine Glade. Du bist ein Wichser und so. Der besoffen fährt weg. Ich finde, wer richtig besoffen fährt und so ein bisschen schwirrt oder so, fährt immer am Führerschein weg. Ja, Lifetime. Wenn er irgendwann anfährt, Knast. Ja. Real talk, also. Ja, auf jeden Fall. So dumm. Es ist halt einfach so, ja nee, auf gar keinen Fall. Alkohol, Digga. Weißt du was, das kann so im Dorf bleiben von mir aus. Ja. Damit die Leute da irgendwas haben. Wirklich, also Dorf ist für mich auch. So Korn bringen uns nach vorn. Ja, ja, also ich meine, ich komme auch aus sowas wie einem Dorf und so. Ja, eben bin ein Bauernjunge. Und da bist du ein Bauernjunges. Ja, absolut. Aber so, Digga, also gerade jetzt zum Beispiel, wir nehmen ja oft Oma auf, ne, wie du bekommst das Fülle, wie du bekommst das Zabex. Und, ähm, da, also was da mir manchmal unter die, also unter die Augen kommt, ist halt insane so. Bauernjunges. Wer ist das? Das Henke? Ja, Digga, das Henke ist, man redet drüber. Der arbeitet auch nicht, der steht hier und raucht. Was trinkt der da eigentlich mit Absicht eine Juneberry? Ne, der trinkt der Red Bull. Der steht, der kommt an und raucht. Und jetzt anstatt, in seiner Arbeitszeit, anstatt zu arbeiten, steht er vorm Fenster und glotzt hier in unser Studio rein. Digga, Henke ist wirklich eine Gestalt. Bro, weißt du, Henke, weißt du, was ich an Henke schätze, wenn ich ihn da gerade so sehe? Henke ist in meinen Augen ein Überlebenskünstler. Ja. Henke ist ein Überlebenskünstler. Bei einem Glückspilz. Ohne seine, ohne seine Rhetorik wäre der jetzt einfach am Boden. Ja. Der würde jetzt irgendwo für irgendwelche Zeitung und Texten. Der kann auch nicht arbeiten. Nein, der wäre bürgergeldabhängig. Ja, schläfst du gar nicht. Ja, der würde sich kippen, stopfen. Ja, schläfst du gar nicht. Er würde auch in seiner Heimat sitzen da, jeden Tag Shisha blubbern. Dann kommt Pucki zu Besuch. Und Tabak den aber seine Freundin mitbringen, weil er sich selber keinen rauslassen kann nach der Tabaksteuer. Ich habe es halt regelmäßig mit Henke seiner wirklich Dreckmutter. Man kann uns nicht hören, dass das ist. Ich habe Henkes Vater einmal schlafen geschickt, weil ich dem einen geblasen habe. Echt? Du? Ja, ja. Er ist dann noch schlafen gegangen. Was? Ja. Soll Henke mal bestätigen? What the fuck? Ja, ja. Das ist aber geil. Ja. Ja, nee, aber generell. Ja, nee, nee. Drogen sind cringe, aber Rauchen, also Kiffen ist schon geil. Ja, Kiffen ist schon geil. Ich kippe Gras, fuck. Gras ist schon sehr geil. Digga, weißt du, kurz? Ja. Ganz kurz. Alles kurz? In weniger als 21 Tagen geht es für mich wieder nach L.E. Es ist dann schon wieder soweit. Und weißt du, was ich da machen werde, Mike? Was denn? Ich werde mich dummharzen da. Ist aber legal da, ne? Ist absolut legal. Boah, Digga, du bist ja wirklich ein Star, ne? Wie fühlt sich das an? Ich bin kein Star. Ich scheiße mir ein vor dem Flug. Meinst du, ich werde nach einem Jahr in Köln, meinst du, ich werde ein akzeptierter Bestandteil hier sein? Ja, bist du doch jetzt schon. Ich fühle mich nicht so. Warum? Ich fühle mich, als wäre ich allen nur in der Last. Wieso? Ich weiß nicht. Ich will ja auch immer einfach, ich möchte mit meinen Freunden in Köln schöne Sachen machen. Meinst du, ich werde ein Teil von Köln? Ich glaube, ja. Danke, Mann. Du bist du doch schon. Scheiß drauf. Scheiß drauf will ich nicht. Bist du nicht? Nee, noch nicht. Ich fühle mich noch nicht so. Warum? Aber ich werde mich hier reinschlängeln in das Game. Probier's mal. Ja, erzähl weiter. L.A. steht an. Ja, L.A. steht an. Und da werde ich mich dummharzen. Geil. Das wird sehr geil. Da gibt's auch E-Zigaretten so mit. Ja, ja. Da wurde letztes Mal von mir zwar nicht, aber von jemand anderem, der mitgefahren ist, wurde da mitgeschmuggelt. So eine E-Pen. Du hast es. Ja, ja. D-A-C. Das war sehr geil. Ich bin gespannt, ob ich es diesmal selber mache. Ich glaube aber nicht. Ich habe da wirklich zu viel Schiss vor, weil es ist basically Drogenschmuggel. Boah, der würde ich auch nicht machen. Also, das ist krank. Aber nee, also L.A. ist schon geil. Soll ich meinen besten Freund wieder was mitbringen? Ja, was schön ist. Geil. Hast du mein letztes Geschenk noch? Ja. Ich bin in irgendeinem Umzugskarton. In irgendeiner, ich hatte mal so eine Kleingeldschatulle, da habe ich die drei gemacht. Geil. Ich war mal in Prag und ich bin so richtig, ich finde einfach, ich finde Messer einfach cool. Ja, ja. Ich hatte übel Bock, mir so einen Butterfly mitzunehmen und in die Vitrine zu stellen, habe mich aber nicht getraut, weil die im Zug immer kontrollieren und wenn du mit illegalen Waffenschmuggel besitzt, mäßiger Beschwürst du, das ist echt kacke. Ja. Apropos Messer, die man cool findet, es gibt ja Seiten, ich überlege auch noch davon, was zu holen. Es gibt Seiten, wo du Counter-Strike-In-Game-Knives in echt kaufen kannst. Hat Julia. Ja, ja, Julia hat einen Karabit. Bowie, äh, nee. Doch, die hat einen Karabit. Stand doch, steht doch über eurem Fernsehendings. Ja, aber das ist ein Bowie-Knife. Das ist kein Karabit. Nein, das ist ein Bowie. Ja, doch ein Karabit. Nein, Wallah, der Karabit ist doch dieses, nee, Julia hat ein Bowie. Echt? Ja, und das hat sie auch im Game. Bowie, äh, 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 Bloodweb. Krass, ja, Crimsonweb. Ja, Crimsonweb. Geil, also es gibt auf jeden Fall Seiten und so, wo du halt so, äh, CSGO-Knives in real life haben kannst. Das ist echt verfickt geil. Das ist wirklich verfickt geil. Und eine Sache noch, ich hatte jetzt einen, äh, einen Stream, wo Leute auf Amazon Dinge für meinen Hintergrund kaufen konnten. Also die konnten Amazon reinschicken und dann konnte der Chat voten, ob ich's kaufe oder nicht. Wollte ich auch schon machen, hab's nicht gemacht. Jetzt sieht so aus, hätte ich's von dir geklaut, wenn ich's doch mal machen. Hast du auch. Ja, okay. Aber darfst du auch. Ich erlaub's dir. Danke, Bruder. Ich hatte so ein Budget, hab mir jetzt von 300 Euro und, ähm, die Leute konnten halt alles voten, das ist richtig geil. Es ist eine AWP Asimov Life-Size, äh, Lego. Also nicht, actually, nicht Lego, das nehm ich ganz schnell zurück, sondern Klemmbausteine. Ganz schnell zurück, Bruder. Gar keinen Bock, dass zwei Vermengte verklagt wird. Klemmbausteine. Okay. Äh, sehr geil. Also die muss man selber zusammenbauen und die schießt auch. Die schießt auch. Das ist, das ist eine CSGO-Azimov-AWP aus Klemmbaustein. Aus Klemmbaustein. Wie teuer. 160 Euro. Boah, hart. Da war die Hälfte schon weg, aber die wussten genau, was ich geil finde. Geil. Und die haben mich auch nicht gefickt. Ich hab ein Schild, da steht drauf, endlich 14, das muss ich auch in meinem Hintergrund hängen. Und ich hatte auch so eine, also das war auch krank von der Osterinsel, so ein Maui oder wie die heißen, diese Gesichter. Ja. So, 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 richtig, richtig groß. Ja, das ist doch geil, die bringen Glück. Hab ich nicht, hab ich nicht kaufen müssen, zum Glück. Boah, aber geil, und das On-Stream zusammenbauen, so ist geil. Und dann hab ich noch irgendwie so ein, aber diesmal wirklich von Lego so ein Bonsai oder so, also ich hab sehr viel Lego, die haben irgendwie gefeiert, so. Aber das ist krank. Damit du das mit deinen Trommelfingern zusammenbauen kannst. Ich hab keine Trommelfinger. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich hab wirklich keine Trommelfinger. Sag mal. Ich find meine Hände actually schön. Du hast wirklich schöne Hände. Aber wie kommen die auf Trommelfinger? Weiß ich nicht. Trommelfinger sind doch so dicke. Guck mal, von der Seite, siehst du das? Die sind so abgerundet. Ja, aber das sind keine Trommelfinger. Ich hab schiefe Finger, guck. Schiefe? Sag mal. Meine sind so schief. Guck mal, auch hier, der. Guck mal, der hat jetzt auch so eine Kerbung und so. Also ich sag, ich hab ganz schöne Finger. Ja, safe. Dafür ist auch das meiste. Ich hab nicht viele Komplimente bekommen. Hast du schon mal Komplimente bekommen? Für meine Hände, ja. Für deinen Aussehen und Shit. Aber von... Nee, ich bin scheiße dick. Ich hab manchmal, manchmal krieg ich für meine Hände Komplimente. Echt? Ja, aber ich hab halt dafür, dass der Rest meines Körpers so schweinefett ist, hab ich relativ dünne Finger und so mit den Tattoos das finden einige cool. Also ich krieg auch immer nur Komplimente bis jetzt für meine Lippen und für meine Hände. Ich nur entweder Stimme oder Hände, aber für was anderes nicht. Auf jeden Fall nicht für meinen Haaransatz oder für mein Gesicht. Sag mal deinen Haaransatz. Nee. Ich will den sehen. Bist du echt? Ja. Stabiler Ansatz. Ich finde stabiler Ansatz. Ich glaube... Doch. Ich weiß gar nicht, dir würde, glaube ich, mal so ein richtig kranker Cut würde dir mal stehen. Ich weiß aber nicht was. Ich will mir auf jeden Fall die Haare blonder machen, so heller zum Sommer. Das ist aber geil schon. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, wie nennt sich dieses, was Niklas überträgt, so ein Muff? Dieser Haarschnitt? Muff? Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Digga, dieser Haarschnitt. Keine Ahnung. Mullet. Mullet, ja. Niklas meinte, finde ich sie kacke aus. Niklas meinte, mir würde Fukuhila stehen. Finde ich gar nicht geil. Ich glaube, stehen würde das nicht. Busscut würde nicht passen, weil ich eine zu hohe Stelle habe. Also wenn meine Haare länger wachsen, das sage ich sehr respektvoll, finde ich, sehe ich aus wie eine lesbische Frau. Ich weiß nicht, ich gucke mich so im Spiel an und ich könnte auch eine echt attraktive lesbische Frau sein. Warum lesbisch? Weiß ich nicht, weil ich so eine Haarfrisur habe. Irgendwie erinnere ich mich da dran. Was ja nicht schlimm ist, aber ich erinnere mich da einfach so, weiß ich nicht, ich dachte so irgendwie sexy. Keine Ahnung, so ein bisschen wie Henke. Henke hat auch so ein bisschen diesen Look. Stimmt, Henke sieht auch ein bisschen aus wie eine lesbische Frau. Ja, real talk. Das stimmt. So nicht, ich weiß nicht, ich glaube, ich mache mir einfach zum Sommer meine Haare heller so und einfach so Seiten ein bisschen kurz. Ich kann legit nichts machen, es sieht einfach scheiße aus. Aber bei dir, du hast eine Cap auf, aber du hast pink Haare. Zeig dir auch, pink Haare? Ja, ich habe die Haare überhaupt nicht gemacht. Aber ein bisschen geht aber auch jetzt schon langsam raus, ne? Ja, die wird sehr silber, das finde ich aber geil. So wollte ich es eigentlich von Anfang an. Wollen wir, wir haben jetzt schon fast die Hälfte umschuhen wieder, wollen wir ins FAQ rein? Ja, lass uns das. War ja eigentlich geplant. Ihr konntet uns Fragen stellen auf instagram.com slash beziehungsweise at zwei vermengte. Ja, 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 ja. Dem offiziellen Account, der wächst und gedeiht auch sehr gut, wie ich hier gerade sehe. Barbermäßig. Das finde ich ja richtig geil. Digga, wir haben einfach 800 Likes auf dem Bild. Ja, das ist crazy, ne? Fuck. Superstars. Ja, absolut. Superstars. Macht halt mehr Likes als meine Bilder. Get a gift, die M. Bruder, weißt du doch, hier das auf dem zwei vermengte Ding, wo wir im Diamonds Club waren, denke ich, einfach über ein Jahr schon her. Das ist so crazy. Das ist echt krank. Da war es, Digga, da war noch, da habe ich auch noch gerade erst in Köln gewohnt, ne? Crazy. Crazy. Ah, das ist krank. Oder da vom Experion, ja. Aber, Alter. Das ist crazy shit. Ja, das war geil. Das ist alles so super geil. Safe, safe, safe. Das war sogar hier Box-Event, das Foto. Ja, Box-Event auch sehr wild. Ja, genau. Wir machen heute jetzt so eine kleine Lütte-FAQ-Folge und ihr konntet auf Instagram zwei vermengt uns Fragen stellen. Ach, wie geht denn das jetzt? Das ist unter dem Story-Beitrag, ne? Ja, und dann kannst du da auf Antworten alle ansehen und dann scrollen wir einfach ganz runter. Wo geht das? Na, Mann, du Idiot, da wurde deine Story, wie viele Leute, ja, guck mal, genau. Da sind einige. Wollen wir einfach gucken, dass für uns so einfach das Beste, wir haben jetzt noch so halbe Stunde mäßig. Digga, ich habe das wirklich verpeilt, dass das online ist, sonst hätte ich es auch repostet. Hab dich ja markiert sogar extra. Ja, aber das sehe ich nicht. Keines CSGO-Sucht. Ich sehe das legit nicht mehr. Ich habe das ausgemacht. Weil du so ein Star bist? Ne, weil mich das übel nervt, weil ich trage ja immer meine Apple Watch und ich bin zu faul, das in den Apple Watch-Einstellungen zu machen. Ich kriege bei jedes Mal, ich habe das überall ausgemacht. Digga, ich kriege teilweise Twitter-Benachrichtigungen, wenn mich jemand erwähnt oder wenn mir jemand folgt. Ja, ja, das muss ich auch ausmachen. Ich finde das nicht, wo man das ausstellen kann. Ich habe richtig lange gegoogelt, bis ich es gefunden habe und als erstes geklappt, ich habe da legit eine Stunde für gebraucht. Ja, ich habe einfach hier, ich habe bei Instagram und bei Twitter überall auf dem Handy einfach Benachrichtigungen komplett geblockt. Okay, geil. Also, ja, aber das ist dumm eigentlich, ne? Ich hatte eine Zeit lang, das war meine Anfangszeit, nochmal ein Tipp an aufstrebende Creator, wie man sich richtig krank die Impressions niekt. Philo's Mind. Philo's, was? Hm? Leos Mind? Philo's Mind, ja. Ähm, ja, der Hurensohn. Wir hatten, ich hatte damals von so relativ vielen Leuten Post-Benachrichtigungen an. Ja. Das hat irgendwie, das hat Ludwig mal irgendwie gesagt, dass das Carl Jacobs macht oder irgendwer macht das irgendwie im amerikanischen Raum oder Stance, irgendwer. Die haben Post-Benachrichtigungen an von so einfach allen Leuten aus der Szene, dass die halt sehen, wenn jemand was Neues getweetet hat, damit du als allererstes replying kannst. Und dann denkst du dir, du musst Power-Thinken, du denkst dir in den ersten 20, 30 Sekunden, in die du das siehst, was aus, was funny ist. Weißt du? Meinst du, das bringt was? Ja, so, ich hab richtig viele Tweets geratioht damit damals. Einfach geratioht. Wirklich? Oh, das ist echt smart. Ich glaube, ich muss das auch machen. Ja, aber das waren halt, ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber das waren jetzt nicht so die, mit der ich jetzt zu tun hab. Das war eine ganz andere Bubble. Das war eher so die, eher so die, so, damals noch so Stay-Bubble und so. Ah, okay. Also das war so, wo ich auch was zu posten konnte und so. Damals hab ich das auch dann... Warst du da unterwegs in der Bubble? Okay, ich weiß. Und da hab ich dann damals auch so, ich hab ja damals bei, als dieser Tanzi-Beef war, hab ich so ein Video gemacht, so, weißt du, dieser Tanzi-Beef mit, mit, äh, wie hieß der? Orange? Nee. Hieß der nicht? Digga, ich weiß gar nicht. Ach, hieß der Abdul? Ach, da auf Madeira. Abdel. Abdel! Ja, 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 ja. Und der, Digga, Abdel. Und, äh, da hab ich damals so, da hab ich damals so ein Video gemacht, da hab ich damals so ein Video gemacht, äh, das, ähm, das, ähm, Friends-Indro genommen mit deren Gesichtern und das hat irgendwie 10.000 Likes damals gemacht. Boah, stark, aber. Das war so krank so. Deswegen, wenn man sieht, man kann auf Twitter richtig farmen, wenn man so sich so ein bisschen Zeit nimmt oder so irgendwelche geilen Bildmontagen macht oder so. Ja, ja, Twitter, Twitter ist ein geiles Game. Ja. Äh, ja, wollen wir, wollen wir rein in die, in die FAQs? Willst du anfangen? Ja, 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 das wäre mir ein Fest. Wollen wir, sollen wir sagen, wir beantworten alles ausnahmslos? Das eine sind halt so richtige unlustige Drecksachen. Aber ich würde sagen, also nicht, also wir können, schaffen wir, oh, wir schaffen halt niemals. Doch, schaffen wir. Schaffen wir? Schaffen wir, sonst überziehen wir 10 Minuten. Wir haben auch 10 Minuten früher angefangen. Okay. Äh. Ne, Philo, du hast ja Zeit, wa? Ja. Wir machen, wir machen eine Special-Folge 3 Stunden heute. Okay, erste Frage, welchen Generation 1 Pokémon-Starter? Ach, scheiße, warte mal, wie machen wir das jetzt, dass wir die gleichen Fragen haben nach der Reihe? Wie meinst du? Kannst du fragen, auch löschen? Du kannst auch einfach nur ganz nach unten scrollen. Ach, fängst du unten an? Ja, weil ich würde sagen, wir fangen ganz unten an. Okay, okay. Dann müsste es eigentlich so krumm bei uns sein. Ja, okay. Also welchen Generation 1 Pokémon-Starter hattest du? Pikachu. Du bist ja kein Hundeson. Warum? Du hast ja Glumandaschig, wie der Samen, hast ja nicht. Keine Ahnung. Äh, ja. Ne, ich dachte, ich dachte, obwohl noch gelbe Edition hast du Pikachu. Ich dachte, ich dachte, die erste Generation ist die vor Silber und Gold. Ja. Aber das ist ja nicht, du wählst ja aus drei aus. Es gab einmal so ein Special-Ding, da hattest du Pikachu. Ja. Aber in den normalen, äh, blau und rot und grün. Hat Glumanda. Glumanda, Shigibisa, Samen. Okay. Boah, ich weiß nicht, wen hatte ich denn da? Ich hab, also mein erstes Pokémon war, was ich jemals gespielt habe, also mein eigenes, wo ich selber von vorne gespielt habe und nicht bei Freunden, war Gold und Silber. Ich hab beide Editionen gefunden. So geil. Da war es mit dem Pokéwalk. Ja, boah. Der Pokéwalk. Digga, weißt du, was das war? Das war so, das war insane. Ja. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, mit der Technik. Du konntest damals von dem DS-Spiel mit, was weiß ich damals, das war kein Bluetooth, das war NF, keine Ahnung, was das war. Oder mit irgendwas. Du konntest aus dem Spiel auf dieses Tamagotchi in den Pokémon laden, dann war das im Spiel weg und du hattest es auf dem Tamagotchi, konntest Schritte sammeln, die haben sich dann im Spiel übertragen. Du konntest damit spazieren gehen und denen so leveln. Und du hast alle paar Kilometer hast du ein Item gefunden? Nee, du musst aufhören, ich heule. Ich hab meinen Poké-Walker noch. Ich auch, ich hab beide noch. Hör auf, ich muss heulen, das war so geile Zeit. Warum musst du denn heulen? Das war übel. Das ist Nostalgisch, das hittet mich, das hittet mich. Das war so krass. Wie hießen die Pokémon da? Ich bin ohne Witz bei Pokémon, ich bin raus bei Pokémon. Karnimani, Endivie und Feurige. Ja, ich hatte Karnimani. Ja. Das war mein erstes Pokémon. Und ich glaube, dann hab ich mir... Pflanzen war immer scheiße. Auch Bisasam, Pflanzen war immer kacke. Ja. Erste Generation Glumanda war der geilste. Aber die erste Arena, ich weiß noch, war Stein. Und Feuer gegen Stein ist kacke. Deswegen hab ich auch oft Shiggy genommen, weil der die erste Arena in den Arsch gefickt hat. Und war Platin auch First Gen? Nee, Platin kam nach, also nach zweiter Generation kam doch hier Pokémon Saphir und so. Also Platin war Giratina? Ja, und das war vierte Generation. Achso. Platin ist vierte. Und was war da die Start-Pokémon? Da hattest du... Oh mein Gott, wie hießen die noch? Warte kurz. Die hießt Panflam. Ja, stimmt. Dann Plinfa. Plinfa, der scheiß Pinguin. Und diesen Chelas, den Hohen. Ja, genau. Die waren richtig geil. Das war meine allerliebste Edition. Die waren richtig geil, ja. Da verbinde ich das meiste mit. Weißt du, was bei Platin geil war? Da wirst du wahrscheinlich auch wieder nostalgisch sein. Das haben wir alle damals in der Schule immer so unter dem Hort und so gespielt. Der Untergrund. Ja. Oder so Base bauen. Ding, 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 ding. Base bauen, dann sind deine Freunde da reingekommen und dann so dieses kaputt machen und so Gold und der... Digga, das ist so geil. Digga, das Rework. Es kam ja 21 Rework raus von Diamond und Pearl. Ich hab das gespielt. Bruder, ich hab legit... Es gab so einen Theme-Song in so einer Stadt, der catcht mich immer wieder. Das ist so krass. Also das ist legit meine Kindheit. 2007, erster Nintendo DS, Pokémon Pearl. Digga, das war der Peak meines Lebens. Ab 2007 ging es bergab. Okay, also um die Frage zu beantworten, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Pikachu war, aber es war halt auch nicht mein eigenes Spiel. Ja, dann hast du gelb gespielt, I guess. Ich hab keine Ahnung. Also ich weiß immer nur, dass ich mit Pikachu rumgelaufen bin. Mein erster war, glaube ich, war Glumanda. Und ich hatte, ich weiß noch, meine erste Konsole, mein erster Nintendo war ein lilaner Nintendo Color von meinem Dad. Mein Dad hatte damals einen Kiosk, einen eigenen. Oh krank. So richtig für so Alkoholiker, wo die Dart spielen konnten. Der hatte richtig Kiosk. Und der hat mir damals so ein... Warte kurz. Filo, sehe ich geil aus gerade hier? Gut. Geil. Ich spare mir die Frage einfach mal. Lila Nintendo Color, hier wie der Scheiß hieß, ohne Ton, weil der kaputt war. Boah, Junge. Damals auch meine Welt, meine Welt hat sich offenbart, als meine Eltern endlich mir einen Nintendo DS gekauft haben. Ja. Aber Light? Light. Ja. Nintendo DS Light, schwarz. Und ich wollte unbedingt... Mein Vater meinte, ja geht nicht auf der Nintendo DS, der normale so? Weißt du, dieser... Weißt du, was Nintendo DS heißt? Äh, Double Screen. Krass, ne? Ja. Das hab ich auf Twitter gelesen. Ich dachte, ich wär dumm. Ja, ist krank. Geil ist krank. Aber was sagte man, was es heißt? Nintendo DS. Dauerständer haben alle in der Schule. Ja, Dauerständer, geil. Äh, ja. Also, äh, ja. Pikachu. Also, ziemlich sicher. Aber vielleicht bin ich... Ich bin auch ein Pokémon, was Pokémon angeht, bin ich wirklich ein Nichtsnutz. Ja, den fick ich selber. Also, das ist krass. Könntest du alle Pokémon nennen aus der ersten Generation? Wenn ich wild sehe, ja. Wirklich? Aus der ersten Generation, aber das sind 151. Aber so könnte ich dir auch... Ich könnte dir auch alle CSGO-Skins nennen. Ja, ich weiß, du bist so CSGO drin. Im Pokémon war ich aber auch krass, deswegen bin ich vielleicht in den Shootern scheiße. Naja, das gibt mir schon noch. Hoffentlich. Ja, du musst mich halt... Du musst mich in die Hand nehmen, wieder einen kleinen Föhn. Die nächste Frage, die betrifft dich. Welche? Die von Marc jetzt? Ja. Steht Philo wirklich auf Füße, saubere oder Schweißfüße? Wie hat er es seiner Freundin erzählt? Ja, ich finde Füße geil. Du verstehst eigentlich auch. Ich finde Füße richtig geil. Okay. Aber keine, also keine direkt Füße. Das finde ich auch eklig. Ich muss sagen, ich sehe ja manchmal so auch Twitter-Memes und so und das ist ja generell ein omnipräsentes Thema im Internet, so Fußshit und so Feats und so. Ich mache mich darüber immer lustig, zum Beispiel jetzt die letzte Insta-Story, da habe ich so ein Frame so ein Anime-Girl mit Feet und Feet-Tutorial gemacht, das habe ich nur eine Sekunde gesehen, dass Leute schön immer die Story zurückspulen, das war auch ein Lifehack. Smart. Das finde ich halt irgendwie cringe. Also es ist auch schon irgendwo ein Meme, dass so dieses E-Girl-Feet-Shit und so und Overnees und sowas, also so irgendwelche getragenen Socken finde ich weird und irgendwelche, finde ich alles weird, aber so Füße halt finde ich schon, ich finde die ästhetisch einfach. So richtig, richtig schöne Füße, finde ich geil. Hast du dich schon mal mit den Füßen einen runterholen lassen? Ja. Geil. Aber mit lackierte Fußnägel da. Ja klar, weiß. War du auch? Nee. Was? Ich muss sagen, für mich sind Füße super unspektakulär. Es gibt so zwei Fraktionen, glaube ich, ich bin so ein Mittelding, es gibt einmal Leute wie du, die geilen richtig auf Füße ab, was ich auch voll okay finde und es gibt Leute, die verstehe ich aber gar nicht, die sich richtig davor ekeln. Wo ich muss sich denken, Digga, Füße, die sind erstens überpraktisch. Ja, du kannst halt laufen. Und das sind halt, ja, du kannst halt laufen dadurch und die sind halt, wir haben eine Folge gemacht, auch Füße brauchen Liebe. Du kannst halt laufen dadurch. Ja, ist so übergeil. So, dann sagen Leute, einfach da, wenn die gepflegt sind, die stinken nicht, die sehen nicht hässlich aus. Es sind einfach Füße, Bruder. Wie kannst du das eklig finden? Ich finde es geil. Ja, ich finde sie normal einfach. Ich finde es cool, dass man welche hat. Also es ist jetzt auch, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es unbedingt ein Fetisch ist. Also ich verliere jetzt nicht meinen Shit, wenn ich einen Fuß sehe. Oder es ist auch jetzt nichts, was ich unbedingt irgendwie so eingebe. Nee, aber es gibt ja auch. Auf dem Hab, aber ich finde es halt nice. Aber ich, also auch wenn, wie gesagt, ich finde die einfach normal so, aber ich, es gibt ja Leute, die könnten kotzen, weil die Füße sehen. Woher? Oder wenn die, wenn die so einen von dem Fuß nachts berührt werden von ihrem Partner. Hä? Als ob das so, das ist einfach Fuß. Raff dich mal. Ja. War eine neue Couplecast-Folge? Wissen wir noch nicht. Kommt bestimmt, ja. Was war euer größter Traum als Kind? Also ich würde einmal sagen, unerealistisch und einmal realistisch. Ja. Bei mir war reich, richtig reich werden, so Millionär sein, war bei mir immer als Kind. Also als richtig kleines Kind. Ab einem gewissen Alter, ich würde so sagen, ab 10 oder 12, war legit mein Dream, den ich mir erfüllt habe, von so YouTube-Schritten so leben zu können. Also so Videos zu machen, auch damals, weil ich richtig viel iCarly geguckt habe und so. Mein Dream war es so, so eine eigene Webshow zu haben oder Videos zu machen und davon leben zu können. Ja, aber meine auch. Basically machen wir das gerade. Ja, also. Nicht gut. Nee, auf gar keinen Fall gut. Aber wir leben davon. Aber wir leben davon. Irgendwie. Ja, Armin der Kirchenmaus, nein. Also, Maik ein bisschen reicher als ich noch, Das ist so Bullshit. Ey, das macht mich so sauer. Gott, ich bin nicht mal ansatzweise reicher als... Also, was war euer größter Traum als Kind? Ich glaube, als Kind... Mr. Supreme Care. Du hast auch eine. Du hast deine so... Wo denn? Das ist die andere Nike. Ich wette, die war teurer als die hier. Nee. Wallahi. Wallahi, nein. Die hatten zwar eine gekostet bei Asos. Wallahi. Also, als Kind war es tatsächlich, dass ich ein Nintendo DS habe. Aber ich weiß halt nicht, dass es auch realistisch gewesen ist, aber es war so unrealistisch. Ich glaube, mein größter Traum als Kind... Boah, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich wollte einfach immer nur den ganzen Tag zocken. Boah, krass. Nee, bei mir war wirklich so ab einem gewissen Kindesalter das, also legit das hier. Und das mache ich actually ein bisschen traurig, weil das ist... Das habe ich nie richtig erzählt, glaube ich. Ich habe legit mir vor Jahren als Kind das Wunschziel gesetzt und ich habe gesagt, egal was kommt, das werde ich mir im Leben erfüllen und das werde ich erreichen, mit 25 einen Mustang zu fahren. Und nächsten Monat ist dieser Traum gescheitert. Bist du 25? Nächsten Monat, stimmt. Nächsten Monat, am 22. April, für Stream reinig, du kannst dein Auto legit verkaufen, was du jetzt hast und dir ein Mustang holen, wenn es dir so wichtig ist. Ja, ich könnte es machen jetzt, aber ich werde es nicht, weil es dumm ist. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich dann in Köln wohne. Wäre ich jetzt wahrscheinlich zu Hause geblieben noch, also würde ich jetzt noch in meinem Elternhaus wohnen, hätte ich, glaube ich, dieses Jahr, wahrscheinlich jetzt zu dem Zeitpunkt mein Auto verkaufen, mir ein Mustang gezogen. Weil du reich bist und das gönne ich dir. Nee, Bullshit. Mustang. Mr. Mike hat ein Mustang. Ja, ein Mustang, nein, nein, ganz kurz, da hat die Fresse. Keinen neuen Mustang, einen alten Mustang für 12 bis 15k. 12 bis 15k. Aber dann wäre ich auch pleite danach. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ja, fick dich selber. Sag du doch. Nee. Sag ich nicht. Muss ich nicht. Muss ich nicht. Ja, ja. Ey, ihr wirklich, komm, scheiß drauf. Aber auch später, also im späteren Kindesalter, was dann realistisch war, ich hatte damals einen Kumpel, der wird das niemals hören, aber Charlotte Julius, der wird das wirklich niemals hören, der ist irgendwo jetzt mittlerweile in der Politik, der ist irgendwie richtig krass geworden. Julius macht Graslegal. Und wir waren immer bei mir zu Hause, waren bei mir zu Hause, ich hatte damals einen Laptop, und wir haben immer so gespielt, als hätten wir eine Live-Show. Ja. Wir haben so in meinem Zimmer immer so gespielt, als hätten wir so mit Moderationskarten und so. Wir haben so gespielt, wie andere so Cowboy und Indianer spielen damals. Oder Cowboy und, keine Ahnung, damals hieß es halt so. Aber wie sagt man jetzt? Darfst du doch noch sagen. Glaube nicht, nein. Save. Das gibt doch einen Film Indianer Jones. Das hat aber nichts mit Indianern zu tun. Der heißt Indiana Jones. Das hat nichts, der heißt so. Der heißt Indiana. Das ist sein Name. Indiana. Ach so. Darf man das eigentlich wieder sagen, das I-Wort? Nee. Ach du Scheiße. Also. Oh gut. Dann sorry, I guess. Ich weiß aber nicht, was der... Ich google jetzt, darf man das sagen? Ich glaube einheimisch. Darf man... Warte. Ich weiß es nicht, da bin ich raus. Darf man das sagen? Gilt derzeit überwiegend als unproblematisch. Ah, okay. Okay. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben das manche Leute damals gespielt und wir haben einfach Live-Show gespielt. Native Americans. Ja, Native Americans. Wir haben einfach damals so Live-Show gespielt, so mit Musik und so weiter und so. Und ich dachte mir so, wie geil wäre es, wenn man das wirklich hat und dann habe ich immer so Live-Shows im Fernsehen geguckt und so Günter Jauch und shit. Und ich fand es einfach geil, eine Live-Show zu haben. Geil. Und basically haben wir das ja. Also das ist hier der Shit. Das hier ist der Traum. Ist geil, ist geil. Ich finde das geil. Ja, ich finde es auch krass. Ja. Ja, das ist, mal gucken, ich weiß nicht, was jetzt der Dream ist, in meinem Leben nie wieder einen Drecksjob zu machen. Ich glaube, das ist jetzt so ein realistischer oder so ein halbwegs realistischer Traum. Weil da bin ich bro. Stell dir mal vor, hier nach, jetzt musst du wieder irgendeinen Scheißjob machen. Stell dir mal vor, jetzt sowas wie Henke machen, ne? Aber der arbeitet ja nicht. Henke arbeitet nicht. Henke arbeitet nicht und wenn er arbeiten würde, hätte er den geilsten Job der Welt. Henke ist legit. Also ohne Scheiß, das sage ich auch komplett unironisch, nicht weil irgendwie das Friends sind oder so. Experion ist, glaube ich, ich weiß, wie es auf der anderen Seite ist. Ich habe wirklich eine drei Jahre Ausbildung gemacht in dem Bereich. Experion ist Dream. Der krankeste Arbeitgeber der Welt. Ja, Real Talk, glaube ich. Das ist einfach so. Und ich glaube einfach, dass Leute, die das so nicht raffen, die haben noch nie richtig auf arbeitstechnischen Schwanz gelutscht. Ja. Und auf die Scheiße-Art und Weise. So weißt du, was ich meine? Also habe ich auch gesagt, ich glaube, Experion so, würde ich safe, würde ich safe für Arbeiten. Vielleicht nicht der krankeste Arbeitgeber der Welt, weil das ist Dustin, aber schon der, sehr geil. Sucht Dustin noch Mitarbeiter? Ja. Ich glaube, Kaffee kochen oder so. Ja, wir suchen Action, ja. Geil, geil. Was für welche? Assistenten. Welche nicht mehr dein Assistent? Das wäre so geil. PA für Fülle. Aber nicht nur, nicht nur. Dann erschieß ich mich in Minecraft Hardcore. Wer hat euch als Kind am meisten inspiriert? Super Mario, 100 Prozent. Wallahi, Super Mario. Hast du Nintendo X gespielt? Ja, ja. Aber ich bin damals auf dem Schulhof wie Mario gerannt. Weißt du, wie der rennt? Weißt du, wie er sprintet? Nee. Der rennt so halt. Der rennt T-Pose. Der rennt so. So rennt der. Ach so, ja. So bin ich damals gerannt und so. Also es war wirklich eine Missgeburt. Wirklich eine Missgeburt. Ich habe vor, irgendein kleiner Wichser rennt so und singt dabei Did, 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 did. Wer hat zu viele Freunde? Ja, aber nicht gute, glaube ich. Aber ja, es war geil. Ja, ich glaube Super Mario. Aber das ist nicht inspiriert, aber ich war damals so übelst der Super Mario Slut. Ich hatte sowas. Ich glaube, wenn ich antworten müsste, wäre Pokémon. Ich habe mir immer so gedacht, ey Bruder, so als 10-Jähriger. Lass mal, dann lass doch auf Personen gehen, sonst ist es zu undefiniert. Also wer hat euch als Kind am meisten inspiriert? Ich glaube, es muss so irgendein YouTuber davon damals gewesen sein. Irgendwie sowas. Ich habe legit keinen. Ich habe legit keinen. Das heißt inspiriert, geprägt vielleicht. Ich weiß noch, das allererste YouTube-Video, was ich jemals gesehen habe, war irgendwas von den Außenseitern. Hat mir irgendein Homi damals gezeigt. Und dann das allererste Richtige, wo ich dann auch selber war, war von iBlali. Das war die allererste iBlali-Ausgabe. Ein paar Jahre, ein Jahrzehnt später saß, mit ihm im Experion. Ich bin ja bereits mit Bravo-Haus gedreht. Ich habe sowas nicht. Also ich hatte legit nichts, was mich inspiriert hat. Ich glaube, wenn auf richtig Cringe, ich war ja damals so Meinungsblogger, ich würde sagen Julien's Blog. Okay, ja, ja. Aber mittlerweile auch Giga-Cringe. Der ist auch ein Todes-Cringe. Aber keine Ahnung, ich war so ein kleines Kind, das war jetzt keine Inspiration, aber ich glaube, mein erster Konter hat sich davon so abgeleitet, so auf Cringe-Leute beleidigen und so. Ich glaube, das war so... Ja, dann wahrscheinlich sowas. Ich glaube, ich würde Gronkh nehmen. Ich glaube, ich würde sagen Gronkh. Boah, starker Call. Der hat echt... Ey, Shoutouts an Scazzboy, der hat echt viele gute Fragen gestellt. Ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen... Auf die können wir, glaube ich, schneller antworten. Wie habt ihr euch kennengelernt? Action über TikTok, glaube ich. TikTok, ja. Und dann ein bisschen connected mit Henke und so. Ich glaube, die Story haben wir auch schon erzählt. Hört einfach den Podcast nochmal von Anfang an. Ja. Dann schlimmstes Ereignis Miteinander? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten noch nie so richtig Beef oder so. Nö. Schlimmstes Ereignis Miteinander? Ach, ich überlege gerade. Irgendwas, das... Nee, weiß ich nicht. Schlimmstes Ereignis... Ist irgendwas mal was passiert, wo wir... Schlimmstes Ereignis Miteinander? Save irgendeinen Rust-Vibe. Richtiger Bruch Rust-Vibe. Irgendwie sowas, ja. Ja, aber sonst... Also wir hatten jetzt noch nie... Schlimmstes Erlebnis. Nee, ansonsten wüsste ich auch nicht. Nee, es ist noch nie wirklich irgendwas passiert oder so. Ich wüsste auch nicht, ne. Nö, es hilft nicht. Egal, Rust-Bruch. Irgendein Rust-Bruch, ja. Euer Lieblingsgetränk, um euch mal so richtig die Batterie abzuklemmen. Boah. Also wahrscheinlich Lieblingsalkohol, so... Protein. Hustensaft, ja. Lieblingsgetränk, weiß ich nicht. Also... Nö, Whisky. Einfach schönen Whisky rein mit Eiswürfeln. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Lieblingsdrink. Stay sober. Sober ist cool, ne? Ähm, ja, das können wir skippen. Würdet ihr lieber in die Vergangenheit reisen können oder in die Zukunft? Nein, Job nicht. Was wollt ihr als Kind werden? Job? Hatten wir nicht? Also... Also, ich wollte als Kind, damals weiß ich noch ganz genau... Moderator wollte ich werden. Ich wollte so, das war auch 2007, Kameramann werden. Dann hab ich ja Ausbildung gemacht und dann sollte ich für einen Lächern, also wirklich eine Frechheit vom Gehalt... Erst wollten die mich nicht haben, da haben alle gekündigt in dem Laden. Und dann sollte ich, äh, in dem Jahr 2021, wo ich mich selbstständig gemacht hab mit Streamen, sollte ich Vollzeit-Kameramann werden für ein Gehalt, wirklich, da hätt ich fast gekotzt vor Lachen. War das der, wo du letztens den Name gedroppt hast, dass du da wieder anrufst? Ja, 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 wo ich dann hätte sagen müssen, wenn die Twitch-Views weiter gedroppt werden. Geil, Alter. Shout out an die Legende, wirklich. Ich wollte Moderator werden. Würdet ihr lieber in die Vergangenheit reisen können oder in die Zukunft nur eins geht? Vergangenheit. Ja, Vergangenheit Hitler töten. Als Baby. Baby Hitler töten, ja. Baby Hitler? Ja, Baby Hitler im Schlaf erdrosseln und das ganze Leid abwenden von der Welt. Baby Hitler? Ja. Ich glaube, ich würde auch irgendwie sowas machen, ja. Oder? Noch früher ansetzen. Oder ich scheiß auf Baby Hitler und ich guck so, dass... Ich würde deine Mutter ficken. Ich will, dass du mein Kind wärst. Bruder, das ist diabolisch. Stell dir mal vor, du hast die Live-Opportunity, du könntest Lotto-Zahlen manipulieren, endlos reich werden. Ich würde einfach deine Mutter ficken. Du sagst, du willst einfach meine Mutter in der Donkey-Position ficken und mein verfickter Vater werden. Das ist so geil. Digga. Das wäre so geil. Und keiner würde dir die Geschichte aber glauben. Nee. Aber du wüsstest, das stimmt. Du wüsstest auch, wie unser Verhältnis... Und DNA-Test würde auch stimmen. Ja. Das wäre so geil. Aber du würdest ja dadurch die komplette Zukunft verändern. Ja. Und du wüsstest, wie unser Verhältnis damals war. Und nur für dich wäre es geil. Weil ich wäre einfach dein Sohn und so. Hey, Papa. Das war ein Fuffi. Ich will mir das Kids kaufen. Geil. Wir könnten zusammen CSGO spielen. Ja, ja. Geil. Ich würde, ja, ich würde auch Vergangenheit, ich würde irgendwie gucken, dass ich reich werde. Oder ich würde so weit zurückreisen, dass ich so die ganzen Fame-YouTuber, so ein Unge oder so, dass ich einfach denen den Charakter klaue und damit dann Fame werde. Das wäre auch krank. Das würde ich machen, glaube ich. Welche Art von Mensch mögt ihr gar nicht? Henke. Ja. So Leute wie Henke. Ja, irgendwie so. Oder so auf Real Talk. Es gibt ja auch... Oh, ich habe gar keinen Bock auf Name-Dropping. Es gibt so diverse Menschen. Doch, ich will's. Ich will's. Ja. Fängt mit L an. Oh, ja, ja. Ja, du weißt. Keine Ahnung, so aufgesetzte Fake-Menschen, die so hinten rum, so Cloud-Chaser. So richtige Missgeburten einfach. Ja, einfach so richtige Missgeburten. Wobei ich aber auch sagen muss, ich wurde da ein bisschen aber auch belehrt. Cloud-Chaser ist eigentlich ein L-Wort. Weil, also Cloud-Chaser wird auch sehr, 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 sehr inflationär benutzt. Ja, ja, safe. Und basically ist alles, was man in irgendeiner Form macht, weil man in dieser Szene ist, irgendwo Cloud-Chasing. Aber halt... Aber ich finde, man kann's auch cool... Ja, aber nicht mit der Prämisse, unbedingt an Cloud zu kommen, sondern auch mit coolen Sachen. Aber wenn Leute nicht mal Content... Psst. Wenn Leute nicht mal Content haben. Content. Nichts. Nichts mal Content. Die lassen sich easy sexualisieren. Die wissen, die sind ja nicht dumm. Die wissen ganz genau, was da im Chat steht. Die lassen sich einfach richtig benutzen. Die lassen sich richtig wie eine... Sag's. Also wie... Die lassen sich benutzen. Hallo, sag's. Nee. Die lassen sich einfach benutzen. Wenütlich. Die lassen sich einfach richtig benutzen. Die... Wirklich, die... Die reiten um die Weltgeschichte rum. Die reiten richtig um die Weltgeschichte rum. Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Einfach nur krank. Ich finde... Und davon kenne ich bis jetzt eine Person nur und die fängt auch mit L an. Das ist wahrscheinlich genau die gleiche Person. Das mit dem Cloud Chase hast du gut gesagt. Weil dafür bin ich auch basically unter anderem mit nach Köln gekommen, um da zu connecten. Aber ich finde so... Irgendwo spielt sich das Menschliche trotzdem mit rein. Also du musst halt trotzdem so charaktermäßig cool sein. Ja. Wenn ich jetzt sag... Mal angenommen Lulu, mehr Fame. Und ich hasse die. Ich hasse die zutiefst. Das ist doch übercritisch, wenn ich so sacke, um da irgendwie reinzukommen. Man muss cool mit den Leuten sein. So obviously jeder hat Bock auf geilen Content und damit irgendwie... Aber die Leute lassen sich auch so leicht belabern. Aber wie gesagt, ich wurde da eines Besseren belehrt. Ich habe da mit einer Person geredet. Die hat mir auch erklärt, warum Dinge uncool sind und so. Und Cloud Chasing ist einfach ein Wort, was eigentlich wirklich dumm ist. Ja. Also sollte man... Aber gut, true actually, ja. Also ich meine, ja. Aber und... Fake-ass bitches. Ja. Ey, was ist los? Boah, der hat immer richtig laut. Ich kann aber auch nicht leise niesen, leider. Was machst du? Was ist los? Warum lachst du, Bruder? Ich musste niesen. Habe ich was Dommes gemacht oder so? Nein, das ist gut. Habe ich irgendwas... Beim Lied sind irgendwie irgendwas Dommes gemacht? Okay, alles krass. Okay. Okay. Äh... Ja, äh, äh, aha. Geäkelt. Was war eure schlimmste Fantasie, wo ihr euch danach selbst geäkelt habt? Geäkelt. Jünger Crow, lernt schreiben. Ja, Crow. Du bist... Eure schlimmste Fantasie, vor der wir uns selber geekelt haben? Ich weiß es nicht. Boah, ich weiß wirklich nicht, was die schlimmste Fantasie ist. Ich hatte viele schlimme. Aber ich weiß nicht, was die schlimmste ist. Äh, nee. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß echt schon nicht. Was, so eine von deinen schlimmen Fantasien? Äh... Deine Mutter auch anbinden wie so ein Spanferkel, dann spießt und ficken dann, glaube ich, das ist... Das geht auch nicht. Aber dafür schämen mich. Ich hätte deine Mutter aufgespießt. Durch den Arsch und durch den Mund kommt sie da raus, ja. Ich weiß nicht. Dann hätte ich sie in den Bauchnabel reingefickt. Vielleicht, bei uns sind immer so Sachen, das sagen wir manchmal gerne, um unsere Freundschaft zu testen, so, du wirst von den Terroristen entführt und du musst zehn Vogelsträuße in den Hals ficken, um zu überleben und so, das ist vielleicht ein bisschen krank. Würdest du es machen, so wenigstens. Weil wahrscheinlich ist es ja auch extra dann vor, so. Ja, wie du so ein Vogelsträuße missbrauchst. Ja. Das ist vielleicht nicht so geil, auch falls... Würdest du einen V ficken, wenn ich dafür leben kann? Hundertpro. Geil. Hundertpro. Würde ich den ficken, den V. Ja. Ist jetzt nichts, worauf ich stolz wäre, aber ich würde es machen, um dich zu retten. Danke, Freund. Bester. Dann wäre ich stolz, Bester, Freund. Oh, geil. Was ist das? Warum sieht das bei dir auch so aus? Ja, da hat uns irgendeiner ein Video geschickt oder so. Was ist das für ein Scheiß? Eine Videoantwort, lass dich gucken. Lass so, seit wann seid ihr so hot, egal, lustig. Das ist eine Scheißfrage, Rolfi. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will vernünftige Fragen. Ja. Was wollt ihr nicht erreichen? Was wollt ihr nicht erreichen? Da oben steht noch. Wow, was? Was wollt ihr noch erreichen? Ach so, was wollt ihr noch erreichen? Privat, YouTube, Twitch. Fang du an. Wow. Also YouTube, Twitch erst mal. YouTube auf jeden Fall. Also mein größtes Ziel für YouTube sind 100.000 Follower. Ich brauche nicht die Millionen so. Ich will einfach nur den verfickten Play-Baton. Ja, Digga. Den Play-Baton. Werde die mehr wert als der Stream-Award? Welcher, den ich jetzt habe? Ja. Ich glaube nicht. Stream-Award ist schon. Das ist auch eigentlich Voting, das ist auch schon geiler. Stream-Award ist krass, Digga. Ja, das ist schon ein krasses Ding, was du da geholt hast. Aber YouTube-Play-Button, ja, das ist auch so. Ja, Play-Button will ich auf jeden Fall haben noch. Also 100k Follower, also Abonnenten auf YouTube. Aber als Instinct-Büro, wo wir davor standen, weißt du noch? Wir standen vor dem Hand of Blood, ja. Und auf Twitch auch die 100.000 Follower. Ich glaube, das ist so das Ding, wo ich sagen würde, okay, geil. Ja, safe. YouTube ist ja eigentlich kurz davor, das schaffst du dieses Jahr noch. Also ich hoffe, ich weiß nicht. Ja, würde ich auch reingehen. Also ich glaube so, für mich war ja Twitch-Partnerschaft das krasseste. Das ist heftig, das habe ich ja November letztes Jahr geparkt. So, ich glaube jetzt, also was für mich richtig krass wäre, auch einfach 100k auf Twitch und YouTube. Und ich glaube so ein Average von so 800 bis 1000 Viewern. Ich glaube, das wäre, wenn ich da bin, wäre ich happy. Vorher bist du nicht happy? Doch, obviously. Aber wenn das so peak ist. Also ich bräuchte auch keinen, also weißt du, was ich meine? Nein, das ist so, egal was du zockst oder so, du hast immer Leute, die dir zugucken. Egal, wann du Stream anmachst. Das ist so, also das war, keine Ahnung, also bei dir ist ja sowieso schon krass. Ich bin auch super stolz auf meine Community und so, aber so einfach noch ein bisschen upstappen, weißt du, was ich meine? Das soll jetzt nicht heißen, ich bin unzufrieden, ihr wisst, was ich meine. Privat würde ich sagen, ich würde super gern einen geregelten Alltag haben, aber gleichzeitig auf meinem maximalen Hustlegrind sein, weißt du, was ich meine? Ich will einen gesunden Schlafrhythmus, eine gesunde Work-Life-Balance haben, aber trotzdem maximalen Output, das ist das Geilste, dass sich alles einspielt, weißt du, dass man so wenig wie möglich klären muss, dass ich legit um 0 Uhr ins Bett kann, schlafen kann und um 9 Uhr aufwache. Ja, so mache ich gerade. Das ist perfekt, ja. Kriegst du auch nicht 0 Uhr ins Bett? Doch. Wirklich. Ja, 0, gehe ich ins Bett, da gucke ich noch eine Stunde Videos, dann penne ich und dann stehe ich um halb neun wieder auf. Okay, krass. Videos, dann penne ich und dann stehe ich um halb neun wieder auf. Okay, krass. Also werde ich jetzt auch nicht immer machen, aber mir geht es halt besser, als ich zu Hause noch bis 4 Uhr gepennt habe, ich war schwer debris. Ja. Digga, wir schaffen legit nicht alle, ne? Natürlich. Wir schaffen auf jeden Fall. Ja, dann muss ich aber pissen gehen zwischendurch. Ja, dann gehe ich pissen an gleich. Okay. Macht ihr nicht. Welches? Was hört ihr momentan für Mucke? Nennt mal drei Songs und drei Artists, Kuss auf die Nuss. Boah, ja fang du an, ich will mal kurz gucken, ob man was sehen kann auf Instagram. Wie meinst du? Sag du. Boah. Nennt mal drei Songs und drei Artists. Reezy mit Shoot. Reezy finde ich jetzt einer der krassesten in Deutschland. Ansonsten höre ich im Moment richtig viel Little Nass X. Echt, hörst du? Ja, Holiday, so finde ich krass. Den höre ich einfach, keine Ahnung warum, also ich höre den einfach im Moment viel. Ja, das ist geil. Bruder, ja, keine Ahnung. Ich wollte gerade gucken, ob man sehen kann, wie lange man schon einem Account auf Instagram folgt. Ja. Aber ich... Oh, Rin auch hart. Ja, Rin geht auch hart. Ich glaube, das... Checkt der Likes und Comments und die Post. Schade, das geht nicht mehr. Ach, download your Instagram-Data. Okay, das würde gehen. Also bei mir momentan, was ich wieder richtig höre, ist einfach momentan viel Menas Moos. Ich war halt auf deren Konzert. Und Menas Moos ist halt... Die sind halt übel gepoppt, auch so durch Rezo, Playlist-Sachen und so. Die sind halt übel drin. Also viele von meinen Viewern kennen die auch so. Und damals, als ich so noch zehn Viewer hatte in meinem Kinderzimmer, hatte ich schon Viewer, die Menas Moos kannten. Echt? Und ich wollte gerade gucken, ob ich den seit 2018 oder 2019 folge. Aber ich schon überfrüh. So, die hatten damals Instagram-Werbung gestellt für einen Song. Ja. Und ich habe mich immer über Instagram-Werbung lustig gemacht. Ich habe das immer mit Absicht, bin ich auf die Sachen von so... Das haben wir viel mit Songs gemacht. Viele haben das mit Songs gemacht. Ja. Frühere Songs. Und ich bin immer raufgegangen, habe es gedisliked, weil es mich so abgefuckt hat. Geil. Und bei Menas Moos habe ich dann gesagt, Digga, die machen Instagram-Werbung, weil das klingt actually geil. Warum machen die Instagram-Werbung? Also warum haben die das nötig mit so geil... Und es war wirklich eine richtig geile neue Sache einfach. Es war so irgendwie so ein richtig abgefuckter, ironischer Text, anti-alles. Ich war eh so auf dieser Phase, wo ich alles scheiße fand so. In der Schule jeder war nur so, der mich angelabert hat und so. Und ich fand es einfach überhart und haben die nach und nach mehr gedroppt, mit alles billig, haben die komplett mein Leben gefickt. Habe ich immer noch und momentan, also meine... Also ich höre gerade nur Menas Moos-Songs. Geil. Also immer die ganz alten, die ganz neuen. Das ist gerade die Bucke, die ich ballere. Okay. Jedes Mal. Und ja, also basically das. Und halt Proxy höre ich auch viel. Also nicht Proxy, aber halt Proxy-Lerner. Also hier so, wie heißt die Musikrichtung, die die machen? Also die Supersweck-Jungs. Hyperpop. Okay. Hyperpop höre ich viel, Leute. Äh, schon mal Snooze probiert? Ne, finde ich richtig eklig. Snooze? Snooze frisst das immer. Snooze? Das hat dieses Ding, was du dir auch... Habe ich aber schon mal probiert. Hättest du es geil? Ne, es brennt und es... Also es ist schon krank. Es ist schon Nikotin, vielleicht ist es ein anderes Level. Das habe ich in der Zeit probiert, wo ich ja noch geraucht habe. Digga, mir platzt halt, ich muss pissen. Ja, geh Eiersack auslernen. Kannst du so lange überbrücken? Zwei Minuten? Ja, toll. Kannst du vielleicht auch eine Minute draus machen? Bist da viel zu reich? Piss mal schneller. Halt mal deine Fresse, bevor ich aufstehe. Oh, endlich ist der dicke Weg. Content. Ja, worüber können wir reden? Also ich kann einfach darauf eingehen. Snooze? Snooze ist halt basically so Kautabak oder so einfach Tabak, den du dir in den Mundlauch reinsteckst. Und es ist halt einfach ein kranker Nikotinschock, den du dann hast. Es ist einfach eine ekelhafte Dichte, die du da hast. Du hast einfach ein richtig fettes Nikotin-Pad, worauf du rumkaust. Das hältst du halt 20 Minuten bis 30 Minuten im Mund drin. Du kaust da drauf rum und es zieht sich so durch die Schleimhaut. Da kriegst du richtig, richtig, richtig kranken Nikotinschock. Kannst einfach so Insta-Durchfall bekommen. Die wird richtig schwindelig. Du schwitzt richtig. Also es machen Leute, die wirklich ganz, 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 ganz schlimm süchtig sind. Also Snooze habe ich schon mal probiert, aber für mich ist das nichts. Für mich ist das nichts. Ja, jetzt wo der fette Mic weg ist, können wir auch über interessante Themen reden wie Counter-Strike. Freunde, Counter-Strike CS2. Mich würde mal interessieren, ob Leute mittlerweile von euch weiteren Beta-Zugang bekommen haben zu CS2. Weil irgendwie war ja das Gerücht, dass da neue Rollouts kommen jedes Mal oder jeden Tag, dass da neu enrolled wird. Und ich habe jetzt meine, es gibt so eine Seite, wo du in deiner Steam-Freundesliste checken kannst, ob Leute bzw. Freunde von dir aus deiner Liste das Spiel haben. Also Counter-Strike 2. Und gestern Morgen, bei mir war es bis jetzt immer nur Gobbi, also der Pro-Spieler. Und der hatte halt CS2. Und ich aktualisiere das aber jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen so. Und wenn es halt ein Tab, der immer offen ist, dann mache ich mal PC an, check erstmal alles aus. Und auf einmal waren da zwei neue Accounts. Das war einmal Kalle und einmal Dalu-Card. Und ich habe so, okay, es ist jetzt aber kein Zufall, dass zwei Content-Creator neuen Zugang haben. Und soweit ich weiß, weil wir haben auch einen Steam-Kontakt und die haben gesagt, da geht gerade gar nichts mit irgendwelchen Drops oder Keys und so. Es kann irgendwie, in meinen Augen kann das kein Zufall sein, dass genau am gleichen Tag zwei neue Content-Creator CS2-Zugang haben. Also irgendwas ist da im Busch. Ich glaube, dass viel so über Twitter-DMs irgendwie so geregelt wird. Aber ich weiß auch nicht. Aber es würde mich mal interessieren, ob Leute von euch schon CS2-Zugang haben. Das würde mich wirklich interessieren. Was? Ja, ich habe gerade nochmal CS2 angestellt. Geil. Ja, ja. Ich hatte gerade nochmal geredet darüber, dass ich diesen Link habe, wo du in deiner Freundin so checken kannst, wer CS2 hat. Und seit gestern Morgen hatte Neuzugang Dalu-Card und Kalle. Ja, aber das wird ja rausgesucht. Das wird irgendwie kein Zufall sein. Nee, nee, das wird rausgesucht punktuell. Also das ist, keine Ahnung. Da kennen die wahrscheinlich einfach irgendwen, der jemanden kennt oder so. Ich weiß es nicht. Safe call. Naja. Ja, nächste Frage, oder? Wie kann man das nachgucken? Auf so einem Link kann ich dir schicken. Geil. Wie oft habt ihr so in euren Jugendjahren abgemolgen? Boah. Zwei, dreimal am Tag. Ja, schweine oft. Was war dein Highscore an einem Tag? Ich glaube, dreimal. Dreimal nur? Ja. Ja, ich war, keine Ahnung. Ich habe so dreimal abgewichst. Krank. Aber meist auch aus Langeweile. Nicht, weil ich geil war, sondern aus Langeweile. Und du hast halt irgendwo in der Bravo ein paar Titten gesehen. Ordentliches Paar Titten. Und dann musste man mal. Ja. Genau. Und formen aus Megan Fox hier. Megan Foxy. Fandst du die krass? Affengeil. Ja, ich fand das irgendwie. Die hätten mit mir als kleiner, dicker, zweijähriger Junge, die hätten machen können, was sie will. Die hätten wirklich mich benutzen können. Kann ich doch so sagen. Kann man doch. Ja, ja. Kann man machen. Ähm, wie lange seid ihr eigentlich schon befreundet? Boah, weiß ich nicht. Da habe ich noch in Kiel gewohnt, in meiner ersten Wohnung. Stimmt. Boah. Kenne ich noch. 2019, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Seit fast vier Jahren. Drei, vier Jahre. Ne, 20, oder? Ne, stimmt, 20. 20. 19, nee. 19 bin ich hingezogen. Ich bin 20, bin ich schon wieder. Ich glaube 20. Ich glaube Sommer 20. Okay, kann sein, ja. So Juni. Doch, Sommer 20 kann sein, ja. Ja. Anfang 20, ja. Ja, also drei Jahre. Ja, drei Jahre. Krass, ne? Geil. Was war euer schlimmster Schulausflug? Euer schlimmster Schulausflug? Boah, boah. Jedes Mal diese beschissene Jobmesse in Berlin. Wie hieß diese Scheiße? Jobmesse Berlin. Boah, das war so schlimm. Jedes Mal. Ja, das hatten wir bei uns auch. Boah, war das schlimm. Jobmesse Berlin. Was war bei dir? Bei uns war, wir sind in so ein Ferienwohnheim gefahren, auf dem Bauernhof. Und das war todescheiße, weil ich keine Freunde hatte und ich wurde da dreimal von so einem Ganter angegriffen. Was ist das? Männliche Gans. Die hat mich so, ohne Scheiß, die hat mich richtig attackiert. Hast du Trauma davon? Ja, und das fahre ich richtig scheiße. Und da haben die mich, immer die anderen Kinder, mich manchmal mit Trockenfutter abgeworfen, dass diese Gans mich angreifen. Wirklich? Ja, aber todeskacke. Geil. Das war nicht geil. Wir hatten auch mal einen Ausflug, Schulausflug, so die erste Klassenfahrt, die war auch schlimm, traumatisch. Da wurde mir ein Portemonnaie abgerippt, aber wurde dann wieder, und ich hatte da so, ich war damals als Kind, ich war ein Schweinewichser, der Sehnsucht hat. Jedes Mal. Also Heimweh. Ja, ja, fühle, fühle, fühle. Weil ich nicht zu Hause war. Fühle, 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 fühle. Und da war dann halt so ein Bild drin von meinen Eltern so, und es wurde mir einfach geklaut, das Portemonnaie. Für irgendeine läppische 6 Euro oder so, die Huren-Söhne. Und dann hat es aber die andere Schulklasse, also andere Schule sogar, hat es dann irgendwie wiedergebracht, weil die halt irgendwie gesehen haben, ah, da hat jemand ein Portemonnaie irgendwie, ist gar nicht von uns. Das war geil. Und da der Betreuer damals, mit dem habe ich mich so gut verstanden, ich war da 10 maximal, und ich habe mit dem über Blockmonster-Texte geredet. Kennst du Blockmonster, den Rapper? Ja, ja, ja. So tief im Wald, tief im Wald. Aber es ist schon ewig her. Und, Digga, niemand aus meinem Alter sollte Blockmonster kennen damals. Niemand, ich war 10 Jahre am Blockmonster. Ich kenne ihn, ich kenne ihn auch. Und der Typ, dieser Betreuer, hat mit mir dann so gerappt und so Shit. Und ich war dann so traurig, als ich da wieder weg musste und so weiter, war richtig krank. Also war schlimm auch. Krass. Aber ich bin auch, habe auch viel Heimweh, ja. Wie alt sind eure vergammelten Drechseltern? Boah, keine Ahnung. Mein Vater ist schon sehr alt. Also alter als Durchschnitts-Dad, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie alt mein Vater ist. Mein Dad ist irgendwas um die 60 rum. Ja, meiner auch. Meine Mom 45 oder so. Ja, ja. Irgendwie sowas. Ziemlich ähnlich sogar. Wann kommt der Stream-Video aus dem Lost Place, ihr Versager? Stimmt, wir wollen echt mal irgendwann in den Lost Place gehen. Ja. Ja, wenn es kommt halt, Daniel, du Hurensohn, oder? Genau. Denkt ihr, man kann sich irgendwann mal auf eine Live-Show freuen? Lieber euch Jungs, Kuss. Boah, ich hätte legit richtig Bock irgendwann, nächstes Jahr oder so, wirklich mal so live zwei vermengte. Als Vorschau für, keine Ahnung, Edeltalk oder so. Oder wir gehen wirklich mal eine Woche, holen wir uns auch so Wohnmobil, fahren einfach mal irgendwo hin durch Deutschland. Das wäre auch geil. Geil. Kann man eigentlich safe machen. Ja. Aber auf sowas hätte ich Bock. Ey, vielleicht irgendwann, Bruder. Safe, safe. Fahr mit erstmal Cloud. Ne, und dann werden wir Fame. Und dann machen wir das. Wann endlich Fan-Treff auf Trocken. Gar nicht über Cringe, wenn keiner kommt. Über Cringe. Oh, Bodycount. Was ist dein Bodycount? Was ist euer Bodycount? Ahaha, Marc Eggers, so lustig. What the fuck? Ja, weil der doch immer so Fragen stellt, glaube ich. Aha, aha. Was ist dein Bodycount? Zwei. Ich hab drei. Maschine, Digga. Geil. Geil. Wirklich. Ey, ich wollte gerade, wir haben gestern drüber geredet, das fällt mir gerade ein. Weißt du, was das ekligste Wort für Sex haben ist? Über den Pisser reißen. Boah, Junge. Das ist ohne rote Schrift. Auch Judas Blockslang, so. Ja, 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 safe. Aha. Lieblingsserie? Boah. Schwere Sache. Also, so die No-Brainer-Antwort ist halt eigentlich Breaking Bad. Das hab ich damals in zwei Sommerferienwochen durchgeguckt. Breaking Bad. Breaking Bad. Aber, ich muss auch sagen, ich freu mich auf keine Fortsetzung so sehr wie auf Lupin. Kein nicht. Das ist so ein, ich glaub ich hab's richtig ausgesprochen, so eine Netflix-Serie über so ein Guy, der quasi so mäßig ein Hochstapler, ein Dieb ist und der geht so durchs Leben und so und klaut so Gemälde und shit. Das ist aber richtig geil. Okay, krass. Kennt ich nicht. Richtig geil. Nö, ich würde auch sagen Breaking Bad. Also, das für mich auch so mit meinem Dad voll viel, weil ich hab das damals alleine geguckt und dann nochmal, ich hab, glaub ich, die Serie viermal schon geguckt. Echt? Und ich hab die einmal so gerewatcht mit ihm und er war richtig geflasht und er musste am nächsten Tag um fünf Uhr arbeiten, aber wir haben die ganze Nacht durchgeguckt. Also, ich war da noch voll klein und dann ist er zur Arbeit. Oder was heißt das, klein, 15? So? Jung? Ja. Krass. Und dann ist er um fünf zur Arbeit gefahren, so, und ich bin dann halt ins Bett gegangen, so, das war sick. War krass. Break Bad. Geil. Und Game of Thrones, find ich aber auch sehr krass. Das hab ich leider erst sehr spät gesehen durch Julia. Hab ich noch nicht eine Folge geguckt. Boah, ich hab mich richtig lange, ich hab immer so Fantasy-Shit, fühl ich gar nicht, aber überkrass. Die letzte Staffel enttäuscht maßlos, aber Game of Thrones, wenn du mal Zeit hast, so, guck dir das an, das ist wirklich geil, auch vom Humor und so. Ich fand auch Haus des Geldes sehr geil. Ja, aber da connectet mich nichts mit. Das fand ich auch geil, safe, aber... Walking Dead hatte ich auch irgendwie, fand ich auch nicht geil. Ich fand Zombies geil, aber... Die erste Staffel schon, ja. Aber nachher ist Kacke. Negan, so die erste Staffel, wo Negan aufgetaucht ist, der Typ im Basie, die war noch geil. Heißt der so? Ja, da ist Negan. Okay. Und der Baseballschläger heißt Lucille. Und die war noch geil, aber danach hab ich auch nicht weiter geguckt, weil die Kacke. Nee, ich weiß auch nicht. So viele Serien hab ich auch noch gar nicht geguckt. Nee. Hast du mal ein Anime geguckt? Nö, nie. Vielleicht mach ich irgendwann mal Death Note oder wie das heißt. Ja, Death Note fand ich auch geil. Aber Niklas, wenn der einem da was erzählt und seinen Naruto-Randa macht, der kann sich ficken, wenn wir ihn nichts mehr zu kriegen haben. Das ist natürlich gar kein Hate gegen Leute, die so was gucken, so ein Schwachfug, ne? Ja. Schwachfug. Habt ihr bestimmte Rollen in eurer Freundschaft? Zum Beispiel einer ist der Aufpass auf Partys, etc. Ich bin halt der Lustige. Ja, und ich bin im Podcast der Lustige. Du auf Partys, ich im Podcast, ne? Genau, genau. Wann kommen Henke und der dicke Niklas zu euch? Henke bevorzugt, wenn nicht auch, okay. Und nächste Woche? Henke mal einladen? Auf Niklas eingeschickt. Ja, oder nächste Woche kann auch sein, actually, das hab ich noch gar nicht erzählt, nächste Woche könnte sein, dass wir erst einen Gast haben, potenziell sogar richtig, richtig krank, also Young Kira, maybe. Boah, ja, das wär cool. Und er hat gesagt, dass gleichzeitig zu dem, wo er Bock hätte rumzukommen, Moneyboy da wäre. Aber ich glaube nicht, dass Moneyboy zu uns im Podcast kommt. Weil Kevin will ja auch, dass Moneyboy zu denen kommt, irgendwie, aber die haben das irgendwie nie hinbekommen. Ja, stell dir mal vor, wir haben Moneyboy einfach vor Edeltor. Das wär geil. Ja, aber Moneyboy, herzlich willkommen, Kira natürlich auch. Das wär cool. Mit Kira würde ich, Kira ist Geschichte sehr, sehr. Ja, safe. Ich find den auch übel cool. So, das ist, keine Ahnung. Aber wir können ja, wir können jetzt hier im Studio actually die Leute einladen. Ja, das ist sehr geil. Boah, das ist echt geil. Digga, wir haben jetzt schon eine Stunde, zehn Minuten, ne? Ja, ja, müssen wir aber ein bisschen noch, geht noch. Wir haben noch fünf Minuten, bis überhaupt Base-Podcast-Zeit vorbei ist. Okay, easy. Ähm, 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 ähm. Special-Folge ist ja auch die siebzigste. Ja. Die Hunderte, halb kurz Fresse, für die Hunderte müssen wir uns was überlegen, was geil ist. Hast recht. Irgendwas cooles. Ja, irgendwas richtig geiles. Amsterdam, wir nehmen die in Amsterdam auf. Komplett high. Wir kiffen uns, ja. Lass machen, das ist geil. Kommen bald neue Songs von euch. Sommers, Sonne, Suicide, Glücksbringer, 40-Grad-Bänger. Boah, ja. Wir müssen die zwei vermengte EP fertig machen dieses Jahr mit geilen Musikvideos. Ich hätt' so Bock drauf. Safe, kommt, 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 kommt. In diesem Sommer kommt was Neues. Ja, aber nur, wenn ihr uns mehr Geld spendet. Wie weit gibt es zwischen euch beiden Konkurrenz? Also außer, wer weniger reich ist. In Klammern Felix Broke Bitch. Ja, ich bin eine Broke Bitch. Ich bin wirklich eine Broke Bitch. Nee, Felix Reich. Deswegen ist Mike auch sehr, sehr reich. Actually, aber geile Frage. Ja. Weil wir in letzter Zeit, äh, sehr viele Leute bannen und unsere Bücher ausdünnen müssen. Ja, so, das ist aber auch eine Sache, die ich nicht verstehe, weil, äh, wir machen ja viel Shit so zusammen, auch, also seit Anfang an. Ich hab ja auch schon bei dir die Spandau-Zeit bei mir, wir waren ja schon, oder haben zusammen Shit gemacht, da war ich noch in der Ausbildung. Ja. So, also, ich verstehe das, legit null, es besteht gar keinen Sinn da drin, dass wir Konkurrenzkampf haben, weil wenn es von einem von dem anderen, oder wenn es von einem läuft, bei einem läuft von uns, ist es ja potenziell auch geil für den anderen. Also es bringt ja gar nichts, irgendwie neidisch zu sein, warum auch. So weißt du, was ich meine? Nein, was uns Todes abfuckt, ist halt, wenn Leute bei uns in den Chat kommen und sagen, ja, wann kommt Philo live, zum Beispiel, wenn die das bei mir schreiben, oder bei Felix schreiben, ja, wann kommt Mike live, warum kommt es wie Mike nicht, es ist so disrespektvoll. Komplett cringe auch mal. Und das bannen wir auch einfach weg jetzt. So, das ist wahrscheinlich auch dadurch, dass wir halt so miteinander reden, haben wir so das so ein bisschen geprägt, äh, aber es besteht weder ein Konkurrenzkampf, noch irgendwie auf Ernst Neid oder sowas, auch wenn wir uns gegenseitig dissen, weil es einfach, keine Ahnung, besteht, keine Notwendigkeit, sag ich mal, würde ich sagen, oder? Ja, also gibt's nicht, also gibt's wirklich gar nicht, juckt. Wenn du halt zufällen wirst, dann muss ich halt ein paar Sachen einfach liegen und mich in ein besseres Licht rühren. So, vollkommen okay, bis dann habe ich deine Karriere schon bald einfach. Bruder, dazu müsst ihr mal anfangen, erst mal. Ja, aber die Leute, das Ding ist, das tut mir auch dann manchmal leid, weil die Leute kennen uns ja so, oder feiern uns ja auch, und die kommen dann so in den Stream rein und machen halt so Welle und so, auch wenn es so aus Joke ist, Digga, das ist halt dann irgendwie, es fuckt einfach ab. Ja, es ist halt disrespektvoll, Digga, keine Ahnung. Das ist die erste Nachricht im Chat, einfach irgendein Clip, wie du einen Sub-Record knackst, oder bei dir irgendwie, ja, warum hat Philo mehr Viewer, oder was, Digga, das ist einfach nur Cringe. Ja, und vor allem, man redet ja eh da drüber, also das ist so. Das ist auch, ich verabbaue das Gefühl, dass es bei uns halt oft auftritt, anstatt bei anderen. So wie bei, wo ist eine ähnliche Dynamik, so bei Dominik und Kevin, da ist es ja nie, das ist nicht der Fall. Ja, wahrscheinlich, weil wir einfach, weil wir auch immer selber so, auch mit unserem Humor so, ja, der ist reicher oder so, aber ich glaube, dadurch übernehmen das halt viele, aber viele checken ja nicht, wo denn die Grenze ist. So, keine Ahnung, wenn jetzt bei mir Leute, ich bin live und bei mir schreibt jemand in den Chat, boah, Philo ist gerade live gekommen, hau rein, jetzt gucke ich dir besser als Streamer, ist doch einfach für mich als Streamer scheiße, er kann doch rübergehen, du bist ja auch ein guter Streamer, aber dann schreibst du nicht so hurenlinig in den Chat, so, weißt du, ist doch kacke. Oder, keine Ahnung, genau, wenn bei dir jemand schreibt, der Maik hat gerade 500 Euro donated bekommen, ja, cool, so, freu sich, aber was sollst du mit der Info in deinem Stream, wenn du deinen Quater machst, das macht keinen Sinn. Ja, ja, das finde ich ja gar nichts. Keine Ahnung, so, und ich finde das müssen, ist auch vielleicht gut, dass man das mal anspricht, so, obviously, Gags und so sind okay, aber dieses disrespectvolle Verhalten und so ist einfach scheiße, Digga, weil, spielt uns nicht gegeneinander aus oder versucht es nicht, so, wir haben keinen Konkurrenzkampf und Felix freut sich, wenn es bei mir läuft, ich freu mich, wenn es bei Felix läuft, so, das nervt einfach, wenn unser Chatter mit voll ist, Digga, fuck nicht ab, so, what the fuck, aber ansonsten alles gut, ne? Boah, gute Frage, wie seid ihr mit Prüfungsstress umgegangen? Boah, gar nicht, ich musste immer kacken richtig viel, weil ich Prüfungsstress hatte und ich bin einfach, ich bin einfach reingegangen, also ich habe es einfach versucht durchzuhalten. Digga, es war einfach, bei mir war es einfach eine wilde Zeit, du musst es so vorstellen, meine Abi-Zeit war mein Kinderzimmer und meine Prüfungszeit war mein Kinderzimmer, beide Rollos runter, 24, 7 war mein Zimmer dunkel, 24, 7 war mein Zimmer dunkel, ich bin aufgestanden um 7.30 Uhr, um 8 Uhr ist Schulbeginn, ich bin aufgestanden um 7.30 Uhr, bin ich aufgewacht, ähm, dann dahin, einfach die scheiße, da, es waren ja basically so fast schon Vorlesungen, Abi-Zeit, wie ich jetzt sag. Ja, 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 hast du ein richtiges Abi? Ja, okay, Abitur. War ich zu dumm zu, ne, ist ja nicht schlimm, besser ist gut. Und, äh, bei mir war es so, ich wusste halt, okay, so, also, ich werde eh kein 1er-Abi schaffen, das heißt, alles, was bestanden ist, ist geil für mich, also entweder man hat, Digga, Abi ist einfach, entweder du hast ein 1-0er. 4 gewinnt, ja. Oder es ist scheißegal, welche du hast. Du kriegst sogar irgendwie, das hab ich gesehen, wenn du ein 4er-Abi hast, oder 4-0er-Abi, kriegst du irgendwie Geld von der Sparkasse, weil das so selten ist. Wirklich? Ja, ja. Geil. Du kriegst irgendwie irgendwie was. Und, ähm, ich bin einfach damit umgegangen, indem ich einfach zur Schule gegangen bin und gedacht hab, ich scheiß eh drauf. Also, es ist mir einfach egal, was rauskommt. Ja. Ich weiß, ich kann, ich kann, also, ich werde es bestehen so, ich muss kein 1er-Schüler sein, deswegen hatte ich auch nie wirklich Stress. Da hatte ich Angst vor, ich bin immer vom Schlimmsten ausgegangen. Ich hab immer gedacht, was werde ich nicht bestehen? Ja, ja, das dachte ich auch, aber das war immer so ein kleiner, das war so ein, wo ich mir sagte, das wird eh nicht passieren. Ja. Also, das kann nicht passieren. Man kann nicht, man kann nicht durchfallen, wenn man, wenn man es nicht drauf anlegt. Say, wenn du ein bisschen, ja, wenn du ein bisschen, ich musste eine Zeit lang, da hab ich mir die Hand gebrochen gehabt, das, Digga, das war, also, wie ich, da war an dem Tag, wurde meine Katze überfahren, ich war so sauer, dass ich in eine Wand geboxt habe und dann hab ich mir die Hand gebrochen. Konnte keine Arbeit schreiben. Digga, das würde ich mir gerne bildlich einmal angucken. Wie kann man denn sauer sein, dass man in eine Wand boxt? Wie ist das so ein... Gegen eine Tür, Digga, weil meine Mutter, ich war, keine Ahnung, 18 Jahre alt und meine Mutter stand mit meiner Katze im Arm, die war tot. Ich verstehe das. Ich hatte zudem mit meiner ersten Freundin... Ganz schlimmer Moment, aber ich meine, ist das so ein, du guckst ja nicht diese Katze an und in dir bricht eine Welt zusammen und dann schlägst du einfach random Türen. Doch, da hab ich gesnappt. Ich hatte zu der Zeit Stress, ich war sowieso super weak zu der Zeit, psychisch so, und hatte Stress mit meiner ersten Freundin damals richtig doll, die hat mich tot abgefuckt. Und dann ist meine fuckie Katze an dem Tag gestoppt, bin ich gesnappt. Bin ich in mein Zimmer gegangen, hab in eine Holztür gebrochen und hab mir die Hand gefickt. Aber ich glaub, ich wär eher in Tränen ausgebrochen, hab jetzt übel geweint. Hab ich auch. Aber wie hast du denn so einfach losgeboxt? Wie geht das? Also du siehst das und auf einmal fängst du an, irgendwie wahllos was zu boxen, oder was? Nein, ich bin ja erstmal in mein Zimmer gegangen und wusste, seit ich vorhin mit dir gefühlt und hab einfach einmal, ich hab auch nicht reingeboxt, ich hab einfach einmal einen Schlag in die Tür. Ja, okay, okay. Und dann hab ich mir den Mittellhangknochen gebrochen. Okay. Und dann musste ich mündlich die Arbeiten machen in der Schule. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich merke auch, seitdem ich aufgehört habe zu rauchen, ich hab Aggressionsproblem, Digga. Ja, musst du Anger-Management und so machen. Krank. Ja, keine Ahnung. Einfach durchziehen, Bro, keine Ahnung. Ja, man muss sich durchbeißen. Ein bisschen Prüfungsstress ist gut, aber ich muss halt immer richtig viel kacken. Lieber Bar oder mit Karte zahlen? Gute Frage, Karte. Auf jeden Fall Karte. Kannst du leider in Köln nirgendwo, ist super schade. Doch, übel. Immer. Also ich kann jeder Shisha-Bar oder so, du musst immer Bar, Bar, Bar. Weil's halt Black Money ist. Ja, die Waschengeld, die Waschengeld. Aber du kannst bei... Du kannst... Stimmt, bei Shisha-Bass hier fällt mir gerade auch keiner ein, Patu, wo du mit Karte zahlen kannst. Ja, aber ansonsten kannst du überall mit Karte zahlen, Bro. Sogar beim Kiosk. Finde ich geil. Also ich find geil, Köln ist geil. Karten, also find ich geil. Ja, Karte zahlen ist geiler einfach. Keine Frage, wollte nur sagen, dass ich extrem heißig bin. Das ist nicht schlimm. Fick deine Mutter. Traumauto haben wir schon mal drüber geredet. Porsche, war's bei dir? Porsche Cayenne oder so? Porsche... Porsche... Taycan. Porsche Taycan. Das Elektroauto. Bei mir irgendein Big Baba Mustang. Ich sag's auch jetzt, ich werde in meinem Leben, das ist was, was ich mir nie erfüllen werde, ich werde nie in meinem Leben einen Porsche Taycan haben. Warum? Werde ich nicht haben. Warum? Ich hab jetzt, also ich hab kein Geld dafür. Also Porsche Taycan ist einfach viel zu teuer. Bruder, wenn du willst, könntest du dir jetzt einen kaufen. Nein, könnte ich nicht. Das weiß jeder. Porsche Taycan fängt ab 80.000 an, Bro. Ja, könntest du dich jetzt holen. Könnte ich nicht holen. Könnte Felix nicht holen. Vertraut. Bist du dumm? Könnte Felix nicht holen. Ich kann dir gleich mal meinen Kontostand zeigen. Also wäre geil, würde ich wahrscheinlich sogar machen. Aber kann ich nicht. Auto aber auch eigentlich super dumm. Ist auch dumm. Auto ist einfach dumm eigentlich. Aber ich werde, und ich glaube, und es tut mir auch weh, aber es ist auch nicht schlimm, wahrscheinlich wird es sogar geil, ich werde niemals in meinem Leben einen Porsche Taycan haben, weil wenn ich irgendwann mal das Geld habe, mir ein Auto zu kaufen oder zu leasen, dann wird halt schon was Krasseres als ein Taycan da sein. E-Autos, die entwickeln sich ja super schnell weiter. Ich weiß, ja. Deswegen, ich werde wahrscheinlich einfach nie einen Taycan haben, sondern irgendein anderes E-Auto irgendwann mal. Ja. Aber Taycan ist schon geil. Aber ich auch, also für mich auch so ein Mustang hat keinen Stellenwert mehr. So, das ist cool vielleicht irgendwann mal zu haben, aber ich... Ja, weil du so reich bist, ist also egal, so. Wie nach jeder andere Ausgabe hat einfach keinen Wert mehr. Ja, ich habe mein eigenes Jetpack. Hat einfach keinen Wert mehr für dich. Hast recht. Ähm... Erstes Game, was ich je gespielt habe, war bei mir Frogger auf dem Windows 95 PC. Fucking Frogger. Moorhuhn und so Shit war auch krass. Yo, ihr geilen Schlammschieber. Wann, wenn Bubats legal nur noch kiffen? Ja. Ja. Ja, den ganzen Tag. Ähm, wer ist reicher? Mike. Felix. Da brauchen wir überhaupt nicht überreden. Ich habe keine Fußbodenheizung, Bro. Ich rede da nicht mehr mit dir drüber. Das war mir nur sauer. Ich habe kein ebenerdiges Bad. Dusche. Keine Neubauwohnung. Ey, wir sollten jeder von unserem Conte mal einen Screenshot-Post auf Instagram. Wollen wir einfach mal unkommentiert machen? Ja. Wollen wir machen? Ja. Unkommentiert? Wollen wir wirklich? Ja, wenn, dann machen wir jetzt den Screenshot. Ja, dass wir niemanden nicht mehr schieben. Aber ich habe ja verschiedene Conten. Ja, von allen dann. Von allen und auch dein millionären Krypto-Portfolio. Das gibt es ja nicht. Ja, Digga. Also, wenn, dann müssen wir auch Krypto-Portfolio machen. Nee. Nee, ne? Dann wird es halt ein bisschen knifflig, ne? Fun fact, du hast halt legit mehr in Krypto als ich. Nee. Weil ich habe null. Ich auch nicht. Ich habe nichts in Krypto. So schlecht. Ich habe nichts in Krypto. So schlecht. Ich habe nichts in Krypto. So schlecht. Wer von uns hat einen Ledger, hm? Ey, bitte. Glaubt dem nicht. Der hat mir letztens noch irgendwas mit Verlusten oder so in Krypto erzählt. Glaubt dem nicht. Glaubt dem nicht. Ähm. Wer von euch ist Mike? Das ist auch eine geile Frage. Der Hundesorg. Hattet ihr schon mal Erfahrungen mit dem R-E-T-D? Und für was? Was ist das? F-H-E-S-Reichheits-B. Ja. Keine Ahnung. Was ist das? Wetter Redemption. Keine Ahnung. Ähm. Gibt es hier noch geile Fragen? Young Kira. Wo ist ein Satellit abgestürzt? Hat das der ja gefragt oder was? Ja. Wer hat das doch geschrieben? Hey, Young Kira hat das geschrieben. Ja, wer hat das doch mal getweetet? Das war doch irgendwie so ein... Hat das nicht irgendwie Boris Becker oder so getweetet? Wo es ein Satellit abgestürzt? Digga, geil. Oh, ey. Guck mal, Young Kira hat geschrieben. Maybe sogar Spoiler, ne? Ja, er muss halt. Er muss. Ähm. Ähm. Warum sieht Zabik so aus wie Joe Olli? Wo steht das? Finde ich nicht. Da. Finde ich nicht. Vielleicht war's. Digga, wo ist er? Null. Ich rapp sogar viel krasser als Joe Olli. Das war eine Scheißfrage. Wie lebt es sich rauf, Roy? Und wie hat das geklappt? Ja. Es lebt sich wirklich geil. Naja. Lebt sich nicht geil? Naja. Ich finde, es lebt sich so geil. Also, warte, warte, stopp. Ich, äh, damit... Weil vielleicht haben sich auch manche Leute gefragt, warum mein Auge so beschissen aussieht, dieses hier. Ich hab hier wie ein Gerstenkorn grad im Auge. Und davor hatte ich Probleme mit meinem Magen, Darm und so Scheiße. Also, ich war jetzt sehr viel beim Arzt. Ich war in den letzten zwei Wochen fünfmal beim Arzt. Also, wirklich viel für mein Verhältnis so. Richtig viel. Blutproben da, Stuhlproben da. Ich hab in so einen verfickten Becher reingeschissen. Mike, ich hab in einen Becher reingeschissen. Ja, musst du auch schon. Dann beim Augenarzt... Hast du in den Becher reingeschissen oder gelöffelt? Gelöffelt. Okay. Eislöffelchen klein. Okay. Es war wirklich krank. Und weißt du, was sich richtig geil angefühlt hat? Weißt du, was sich wirklich... Es war so geil. Es hat sich besser angefühlt als jeder Elfbarhitte in meinem Leben. Ja. Die haben gefragt, rauchen oder trinken sie? Und ich hab einfach gesagt, nein. Boah, okay. Und die haben einfach gesagt, gut. Weißt du, diese Last, diese Eventualität, dass irgendwas vom Rauchen oder vom Trinken kommt und so weiter und das dann Gesundheit fickt. Und ich konnte einfach alles mit Nein beantworten. War so geil. Bei jedem Fragebogen, den ich ausfüllen muss, rauchen sie, trinken sie Alkohol. Nein, einfach Nein am Kreuz. Ah, ist schon geil. Ist schon geil. Also, mir fehlt legit einfach dieses Soziale. Aber man fühlt sich körperlich viel geiler. So, und es ist einfach... Digga, ich sitze nicht mehr im Stream und bin nervös, weil ich rauchen gehen will. Oder so. Das ist so krass. Oder auch jetzt im Podcast. Digga, ich wäre jetzt schon abgefuckt, weil ich jetzt nach über einer Stunde rauchen gehen wollen würde. Also, ich wäre jetzt so richtig so... Und jetzt ist es so chillig. Ja, weil das ist aber... Das ist auch, weißt du was... Das ist auch unterbewusst so... Das ist halt was, wo du dir dann so denkst, geil, jetzt habe ich endlich wieder was in meinem Leben, worauf ich mich freue. Dieses Rauchen. Weißt du, was ich meine? Das ist irgend so was in deinem Kopf, wie so jetzt... Ich habe zum Beispiel jetzt übel Bock, Counter-Strike zu spielen. Ja. Aber statt Counter-Strike ist es dann Rauchen und es ist allgegenwärtig, weil das jeder immer macht irgendwie. Ich spiele nachher ganz viel Counter-Strike. Auf jeden Fall. Äh. Wo würdet ihr am liebsten eine Podcast-Folge aufnehmen? Boah, irgendwo haben wir mehr. Oder nee, Amsterdam. Digga, bitte lasst uns die hundertste Folge in Amsterdam machen. Das wäre echt geil. Das wäre so sick. Trink Mike lieber Kölsch oder Flensburger Flensburger. Immer. Wenn es hier irgendwo in einem Kiosk Flensburger gibt, safe call. Wann kam der Zeitpunkt, an dem ihr wusstet, dass Streaming euer Hauptberuf wird? Ich glaube, als ich damals halt unterschrieben habe. Bei mir Anfang 21. Kurz bevor ich mit der Ausbildung fertig war. Da habe ich noch zu Hause gewohnt und ich habe genug Geld verdient, dass ich so meinen Shit bezahlen konnte. Aber dass es jetzt wirklich so läuft, hätte ich nicht gedacht. Wann werdet ihr mal richtig angepisst auf den anderen? Boah. Ich glaube, ich glaube legit, ich wäre richtig angepisst. Und wenn du so, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie soll ich das sagen? Also wir haben, zum Beispiel bei uns ist das so, wenn jetzt zum Beispiel wir sind verabredet zum Zocken oder so und auf einmal, keine Ahnung, oder du hast für irgendein Format eine spontane Einladung oder so. Also da wäre ja keiner pisst, weil es ist so, man gönnt das so von Herz. Ich glaube so, ich glaube, da wäre ich aber nicht nur angepisst, da wäre ich vielleicht auch so ein bisschen Hurt-mäßig so. Wenn du jetzt zum Beispiel nur noch so mit der Streamer-Elite oder so und auf einmal man meldet sich nicht mehr und so antwortet nicht mehr. Wenn man einfach so weg ist. Ja, wenn man so gorn ist. Aber nicht so im Sinne von Neidern, sondern einfach so, krass, jetzt wurde man einfach so vergessen oder sowas. Aber ich glaube so, oder angepisst. Boah, ich glaube, ich wäre angepisst, wenn man jetzt dieses Privileg von, dass das hier die Arbeit ist, so nicht, also weißt du, so wenn jetzt zum Beispiel, auf einmal geht Donnerstag 12 Uhr nicht, weil da muss man irgendwas machen. Da ist auf einmal so. Ja, check. Da hast du schon mal wieder Ansage gemacht. Ja, ja. Weil früher habe ich das. Aber da warst du ja auch noch in deiner alten Heimat und so. Also da war das ja auch. Ja, ich hatte teilweise, aber ich verstehe das schon, ich hatte teilweise eine weirde Einstellung dazu. Also ich habe mich manchmal auch nicht an Termine gehalten, so das stimmt schon. Und irgendwann hat Felix mir mal eine Ansage gemacht und dann ging es auch. Aber eigentlich sprechen wir so Sachen an. Ja, ja. Also da richtig sauer ist es eigentlich nicht so. Also ich glaube, sauer ist, wenn man nachher so legit einfach einen anlügt oder einem so verkauft oder so. Ich glaube, da wäre ich sauer. Also das ist so, was Henke immer macht. Ja, aber bei Henke war die auch nichts, deswegen will ich da nicht mal mehr sauer. Und hier bitte noch hier. Bodycount hatten wir. Wer ist reicher, haben wir auch geklärt. Ist Berlin cooler oder Köln? Ich finde Köln cooler. Ich auch. Auch wenn Berlin die hübschere Stadt ist, finde ich Köln geiler vom Vibe. Wird es Merch geben? Ja, hoffentlich. Ja, ja. Zwei vermengte Merch-Westik. Wir brauchen Tassen und T-Shirts. Ja, Tassen brauchen wir auf jeden Fall. Tassen brauchen wir wirklich. Tassen werden es sehen. Lass uns einen Short machen. Ja, müssen wir machen. Geilster Podcast, ihr geilen Scheißkinder. Anonym, by the way. Geil. Crush Korb mich einen neuen suchen? Ja, 100 pro. Auf jeden Fall. Das ist ja über cringe, wenn man einfach, das ist einfach crazy, wenn man dann die Leute abfuckt und belästigt, weil die einem im Korb geben und weiter dran ist. Ja, das ist über cringe. Boah, lieber wissen, wann man stirbt oder wie man stirbt. Save V. Ich glaube auch V. Weil wenn du weißt, wann, wenn du weißt, okay, du stirbst in 20 Jahren an dem und dem Tag, ich glaube, ich könnte die Zeit nicht mehr genießen. Also ich wäre so jeden Tag, würde ich daran denken, dann sterbe ich und meine Zeit läuft ab. Dann lieber wie. Ich glaube, bei mir, ich sterbe irgendwann an einem Autounfall oder... Echt? An einem Autounfall oder Altersschwäche. Ich hoffe, inshallah, es ist keine Krankheit. Also auch am besten kein Autounfall, so einfach Altersschwäche im besten Fall. Und da wir nicht mehr trinken und rauchen, ist es auch sehr wahrscheinlich. Digga, wann kommt der in Folge 58 angekündigte Sabaton mit LAN-Party bei einem von euch? Boah, Digga, die Leute sind richtig am, 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 zu lecken. Digga, wer ist das? Ah, Digga, Homeless-Mord, da ist er doch. Die alte Legende. Die alte Aufsichtslosigkeit, geil. Wie kommt der hier in den VIP-Bereich? Das weiß ich auch. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn Rust oder so mal wieder hitet, oder Digga, ZZ. Oder Reh, wie mit Rust. Wenn wir CS2 droppen, ich mache so ein Sabaton, Digga. Wir müssen auch LAN-Party. Wir machen eine Bruch-Challenge dann. Bis dahin musst du krass werden in CS und machen eine Bruch-Challenge. Ich mache jetzt auch Aim-Labs und so, ich werde jetzt richtig krass. Aim-Labs, mach lieber ingame. Echt, weil du es besser? Ja, natürlich. Oder hier die Workshop-Maps und so. Ja, ja, ja. Seid ihr manchmal insecure in neuen sozialen Situationen? Ja, safe. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte, Digga, ich hatte einmal so ein krankes Impostor-Syndrom. Wieso? Weißt du, was Impostor-Syndrom ist? Äh, ich glaube ja, erklär es mir aber nochmal. Das ist halt so, wenn du dich fehl am Platz fühlst und gar nicht weißt, warum du hier gerade bist und so. Okay, ja. Das war damals in Hamburg, erstes Jahr, als ich Creator war so, erstes Jahr, Hamburg, Red Bull-Event. Das war Wake Capital, also in der HafenCity und so. Und dann wurden wir dann auch noch eingeladen bei Alvaro, das ist der Geschäftspartner von Max und so. Also der macht dieses RMA und diese App, also dieses Hyped-App und so ein Shit. Und der hat halt eine übelkranke Penthouse-Wohnung in HafenCity. Also unfassbar reichte Typ. Der sieht auch insane gut aus, also der sieht wirklich gut aus. Gib mal ein, Alvaro bei Instagram, Digga, ist einfach ein verficktes Model. Also einfach, wenn du vor dem stehst, hast du so ein Komplex, Digga. Alvaro, wie heißt der? Alvaro Gellings, glaube ich. Alvaro? Ich weiß nicht, wie sein Nachnamen ist, ich weiß auch nicht, ob ich ihm folge, aber... Gellings, da, ja. Boah, ja, okay, tschüss. Weißt du so, checkst du, was ich meine? Also Vorzeige-Guy einfach so. Ja, boah. Digga, und auf einmal saßen wir dann so, mit Niklas war ich damals. Und was macht der? Das ist ein Geschäftspartner, der ist halt einfach ein Geschäftsmann. Okay, check. Der hat mehrere, der macht so Amazon-Sachen, der hat ja irgendwie so ein Spiel, so ein... Ja gut, der sieht halt insane aus, ne? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall krass. Digga, und dann war ich da mit Niklas und da fährt man erstmal mit dem Fahrstuhl, man läuft erstmal am Portier vorbei, fährt mit dem Fahrstuhl nach ganz oben und so weiter. Digga, die Wohnung, diese Tür ist halt in den Zähnen. So, auf einmal sitze ich da, so mit Niklas, alles erstmal entspannt, wir reden da so, also komplett down to earth, auch so vor mir reden da so. Digga, dann kommt auf einmal, auf einmal kommen dann so Trimax noch mit rein, da kommt Amar und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch ein bisschen so Beef mit Amar, kein Wort mit ihm geredet, das war so unangenehm. Dann kommen da irgendwie so 10 Girls, so Instagram-Girls kommen einfach rein in diese Wohnung. Zige. Dann kam, war da noch Micky und wer war noch da, irgendwer war noch da, Knossi? Ja. Also du sitzt da so zwischen der Elite und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja nicht mal einen eigenen Twitch-Kanal. Ja. Ich hab ja nur für Red Bull-Sachen gemacht. Ich hatte keinen eigenen Twitch-Kanal. Boah, da fühl ich ja, ey. Hätte ich gestreamt, hätte ich damals 10, maximal 15 Viewer gehabt. Und ich dachte mir so, Digga, warum sitze ich hier und ich weiß nicht, warum, warum nicht, keine Ahnung, also, weißt du, warum, warum nicht Henke oder Kevin, warum sitze ich hier, das macht gar keinen Sinn. Aber das ist so, ich glaube einfach, weil man sich auch manchmal so unterordnet, obwohl es eigentlich komplett unnötig ist. Kein Wort geredet. Ich hab da mit Micky kurz geredet, der war auch ganz cool, mit dem konnte man echt gut reden. Ja. Und ansonsten hab ich mich nur an Niklas' Arsch geklemmt, damit ich nicht alleine da stehe. Ich dachte auch immer, ich bin extrovertiert, aber ich glaube, ich bin so eine Mischung aus beiden. Aber das hat sich in der Zeit nämlich gebessert, weil ich glaube nämlich, dass du da das falsch denkst. Du glaubst nämlich, du bist voll introvertiert oder so, aber bist du eigentlich gar nicht. Also, du kannst eigentlich voll gut connecten. Das wirkt so. Ich hab, ich hab, vielleicht hab ich auch einfach eine scheiß Eigenwahrnehmung. Aber mittlerweile ist es so, ist es mir wirklich auch scheißegal. Ja. Also mittlerweile, und das Ding ist, ich hab ja nicht mal was in der Zeit jetzt krass gerissen, also krass krass gerissen. Ich hab mir auf jeden Fall was Geiles aufgebaut, so mit Twitch und so weiter in der Zeit. Und aber zu der Zeit dachte ich wirklich, okay, krass, man muss sich anders verhalten und so weiter, aber es ist mir... Ja, man darf da gar nicht, man muss einfach... Nee, mir ist es wirklich scheißegal. Ich versuch da auch, also so auf so YouTuber-Partys, das war am Anfang... Ist mir alles egal. Ja, safe. Da dachte man sich erstmal so, oh, okay, man kennt hier gar keinen. Aber mittlerweile, also die kennen mich, ich kenn die. Man ist so cool, weißt du, man ist ja jetzt nicht so, oh, krass, so... Nein, das sowieso nie. Nee. Das hab ich immer gehasst, so Fan-Allen hab ich gehasst. Weil es ist es nicht, so das, also... Ja, man ist auf Augenhöhe einfach, egal, wer jetzt welche Zahlen hat, so man kann sich ja respektieren, also ich hab auch Respekt vor Kevin oder wenn der jetzt so Gronkh vor mir steht, ich hab einfach Respekt, weil die sind so die Urgesteine, die haben sich einfach was aufgebaut, so, aber ich bin jetzt kein Fan oder so. Ja, also das war jetzt nicht auch das Gefühl, weil mit dem hat man auch gut geredet, aber das war für mich so der Erste, wo ich mir so dachte, okay, krass, war wirklich Menas Moos letztens erstes Konzert. Echt jetzt? Ja, also ich hab nicht gezählt, also nicht aufgeregt, auch keine Fan-Allüren, aber das mit... Das hatte ich damals bei Mauli, bei Mauli. Ja, ja, irgendwie so, weil mit Musik verbindest du noch was und die haben mich damals durch meine Abi-Zeit gecarried, die haben mich gecarried, damals, als ich auf dem Weg zur Schule war, ich hatte Menas Moos im Ohr, weißt du, was ich meine? Menas Moos. Ja, und dass ich, weißt du, dass die dann so, dass die einem dann so auch irgendwie folgen und man die mit Torre und so... Einer von Menas Moos, das ist irgendwie ein Verwandter von der Freundin von dem ehemaligen Klassenkameraden von mir. Krank. Ist krass, ne? Also ich hab das erste Mal vor Jahren den Namen gehört. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Hörer die da hatten, aber die Welt ist klein, Digga. Sollen wir das mal hier fertig machen? Vater hat Hunger. Also Insecure mittlerweile eigentlich nicht mehr. Nö, gar nicht. Also ich hoffe, was bei mir so, ich hab manchmal, das ist bei mir ganz, ganz komisch, ich dräng mich manchmal in so das Feeling, was ich mir selber einrede, ich bin so das dritte Rad am Wagen, weißt du? Und jetzt so auch in Köln, das ist so, okay, nachher, man ist da irgendwie so, keiner hat so Bock auf einen, wo ich mir denke, ist eigentlich voll dumm, warum? Ja. Weil eigentlich bin ich doch mit allen cool, ich glaube, das ist aber so ein toxischer, so toxic-Train von mir, dass ich mir das selber so einrede, so sich selbst, du bist eh nur das dritte Rad am Wagen, so dumm. Obwohl es eigentlich, obwohl es Quatsch ist, so weißt du, wie ich mein? Ja. Wurde ich dir schon mal operiert? Wenn ja, wie würdet ihr Narkose beschreiben? Geil. Ich wurde noch nie operiert in meinem Leben. Echt nicht? Also halt Zahn, also alles, was im Mund ist, zähle ich jetzt nicht dazu. Das ist legit einfach ein Cut. Also du kannst es nicht beschreiben, ich hatte immer übele Angst eigentlich davor, aber es ist legit, du kriegst dieses Mittel, du merkst davon gar nichts, du pennst ein, ist ein Cut, wachst auf. Aber wachst du legit direkt wieder auf? Ja. Also im Sinne von, also... Ja, du, das ist, als wenn du, also du... Eine Sekunde weg bist. Ja, du checkst nicht mal, dass du operiert wurdest. Du wachst auf, als wenn, also dann hättest du einmal geblinzelt, das ist ganz weird. Wirklich? Ja, das ist auch nicht wie Schlaf, weil bei Schlaf weißt du ja, okay, krass, du merkst ja auch, bevor du auf die Uhr guckst, okay, da liegt jetzt Zeit zwischen, das hast du nicht, wenn du betäubest. Wow. Du bist komplett, als wenn sowas aus deinem Lebenszeitstrahl einfach rausgeschnitten wurde. Das ist krass. Nee, das ist, das ist echt entspannt eigentlich. Schwanzlänge, in Klammern, Felix hat safe keine 19 Zentimeter, so wahr ich hier stehe, mein Schwanz ist 19 Zentimeter lang. 15 oder so, ich hab einen ziemlich lütend, aber ist okay. Aber ist geil, Mike, da stehe ich drauf. 15 ist okay. Du hast keine 19. Doch, ich schick dir ein Bild, wenn du das willst. Okay. War ein Gastfolger mit fettem Henke, das muss er sich verdienen. Hat ein männlicher Hemdster auch eine Vorhaut safe, wenn er nicht beschnitten wurde? Wie war Felix Geburtstagskuchen? War gut. War alt. Ja? Ja. Geil. Waren Millionäre, na Felix ist es ja schon, ich in den nächsten 10 Jahren. Kommt nochmal Overwatch erstmal auf gar keinen Fall. Wenn ihr eine Sache ändern könntet, an der Mutter des anderen, was wäre es und warum? Ich will, dass deine Mutter aufhört zu grunzen, wenn ich sie bumse. Okay. Das mag ich nicht. Ich hab mir aber gesagt, das ist ein Reflex, wenn ich ihren G-Punkt treffe, dann kann die nicht anders. Grundstheorie, wie so ein Wildschwein? Boah, krass. Bei deiner Mutter, die muss unbedingt aufhören, die will mir egal, in welcher Situation die Schwanz lutschen. Egal wo ich bin, auch wenn ich gerade am Zocken oder am Streamen, die hängen ständig wie ein Welser an meinem Schwanz. Und das nervt mich. Ein Fischwels an der Scheibe? Ja. Und ich sag, verpiss dich mal. Ich sag so, verpiss dich mal ganz kurz, gerade zu später und so. Aber die will immer. So fünfmal am Tag. Ich hab deine Mutter gestern gefragt, ob sie mir ihren Ack geben würde, wenn sie hätte. Was ist das? Was ist das? ACC, also Abkürzung für Account. Account. Ich hab deiner Mutter auf WhatsApp geschrieben, würdest du mir Ack geben, wenn du hättest? Okay. Also den CS2-Ack. Ja, ja, ja. Und sie hat, weil ich es aufgang und gäbe, sie hat Arsch verstanden. Sie ist sofort auf meinen Schwanz gesprungen. Sie ist sofort mit dem Schwanz auf deinen Arsch gebaut. Sie ist auch auf meinen Schwanz gebaut. Mit ihrem Arschloch. Weil die hat Arsch gläsert, die dumme Schlampe. Das ist krank. Sie muss das Arschloch geben. Das fand ich krank, weil ich hab ja gar nicht Arsch geschrieben. Digga, Arsch geben wird sich aus der Asozialart. Oder Loch geben. Wenn irgendeine TikTokerin, ja, ich hab letztens im Club Loch gegeben, jetzt bin ich schwanger. Und so, das hört sich so scheiße an, wirklich. Mega, die Welt ist so warsch. Was war das Peinlichste in der Schulzeit? Ich bin mal ausgerutscht, auf den Steißbein gefahren, hab mir in die Hose geschissen. Das war sehr. Was? In der sechsten Klasse. Das war überquatsch. Ja, aber es hat keiner gemerkt. Was? Der Sportplatz war nas, der Rasen, und ich bin gelaufen, bin stehen geblieben, bin ausgerutscht und so krass auf meinen Steißbein gefallen, hatte so starke Schmerzen, dass ich mich voll geschissen hab. Und dann bin ich aber den Rest der Tage in der Schule geblieben, hab durchgezogen und hab gehofft, dass... Mit der voll geschissenen Buchse. Ja, und ich bin so im Kunsthörig auf den Club gegangen, hab versucht, mir die Scheiße aus der Hose zu wühlen. Real Talk. Das war eine ganz schlimme Zeit. Was? Das war mir sehr peinlich. Okay, daraus musst du einen TikTok schneiden, Bro. Okay. Was der Passage musst du einen TikTok schneiden? Das ist insane, wirklich? Ja. Ja, weil der Schmerz so krass war. Und irgendwie hat mein Schließmuskel losgelassen, ich hab mich komplett voll geschissen. Du, was? Was denn? Kann ich doch nicht spielen. Geil. Und ich bin richtig in einer Stunde dreimal auf Toilette gegangen, weil ich die Scheiße aus meiner Hose wühlen musste und putzen musste. Und dann hat irgendein Bastardschüler gesagt, ja Mike, hast du Durchfall? Und ich konnte ihm ja nicht sagen, dass ich mir die Hose geschissen hab. In der sechsten Klasse, Kinder sind grausam. Was war das peinlichste Schulerlebnis, war die Frage, oder was? Ja. Wieso lachst du? Weiß ich nicht. Ich find's einfach witzig. Also bei mir war das peinlichste Schulerlebnis, weil ich hab immer im Musikunterricht Scheiße gebaut. Ja. Das war aber eigentlich gar nicht so peinlich. Ich hab in der Musikunterricht immer Scheiße gebaut und die Lehrerin, wir hatten eine richtig schlimme Hexe. Wir hatten eine richtig schlimme Hexe. Richtig schlimme Hexe als Musiklehrerin. Und die hat dann so gesagt, Felix, steh mal auf und du singst jetzt der ganzen Klasse was vor. Die war eine Sadistin. Ich musste nach vorne und ich sollte irgendein Chorlied vorsingen. Ich alleine vor der ganzen Klasse, ohne Backup, sollte einfach singen. Ja. Und ich hab jetzt halt vorbei. Ja, kannst du nicht machen. So. Aber ich hab dann gesungen und die meinte dann, ohne Witz, diese Frau von Mist meinte dann, das war so gut, dass ich dir eine Eins geben würde, aber ich kann's nicht machen, weil du Scheiße gebaut hast. Und dieser Punkt hat mich mehr gebrochen, weil da haben alle gelacht. Also ich hab gar nicht schlecht gesungen. Hast du wirklich die alleine hingestellt und das durchgezogen? Ich muss es ja. Was soll ich machen? Ja, sagen nein. Ja, da krieg ich eine Sechs oder sowas. Keine Ahnung. Ich hatte Angst. Früher war eine Sechs. Aber das ist auch grausam von der Fisch. Aber die hat, weißt du, das Schlimmere fand ich direkt gesagt, ja, du kriegst eine gute Note, aber ich geb sie dir nicht, weil du hast Scheiße gebaut. Also diese Hexe von Frau. Ja, wirklich Hexe. Wir haben mal eine Lehrerin, ähm, damals in die Arbeitslosigkeit gemobbt. Die wurde wegen uns gefeuert. Boah, hatten wir auch. Wie so. Oh, ich wollte gerade fast in den Arm legen. Und ich kann, die hatte so einen abgefuckten Namen. Unsere war dick und die hatte einen ähnlichen Namen wie Tonne. Das war schon so ein Punkt. Wirklich? Ja, also die hieß sich Frau Tonne, aber die war sehr, sehr dick. Die hatte nur für die, wo uns so einen Fahrstuhl an die Treppengeländer gebaut ist. Doch, voila. Und die hieß dann so ähnlich wie Tonne und ich glaube, die war auch nicht mehr lange da. Ich glaube, die ist schon tot. Hör doch auf. Die hieß, also, ich kann den Namen nicht sagen, aber es war ein witziger Name. Boah, war eigentlich voll so ein Lehrer. Aber es gibt auch Bastardlehrer. Es gibt auch Bastard Schüler. Die hat es verdient, die hat es verdient. Okay. Wer hat noch eine Lehrerin? Ja doch, das kann ich sagen. Scheiße, ob ich sage es einfach. Die hieß Frau Hass. Okay. Und so war die auch drauf. So ganz schlimm. Eigentlich hatte ich, Schulzeit war wirklich schlimm. Nachher habe ich Schule gewechselt, dann ging. Echt? Ja. So, komm, hier letzte. Was sind eure Pläne, wenn ihr theoretisch Streaming und so weiter aufgeben müsst? Plan B. Was wäre dein Plan B? Boah, weiß ich nicht. Boah, keine Ahnung. Echt? Ich habe es mir genau überlegt. Bei mir wäre, ich habe ja Ausbildung alles gemacht. Ja. Du hast dir überlegt, das ist schon der erste Fehler. Nö, auch, nein, safe nicht. Also ich habe, was heißt überlegt, das liegt ja auf der Hand. Also wenn bei mir jetzt zum Beispiel Streaming, YouTube komplett flach fallen würde, würde ich einfach jetzt hier zum Beispiel in Köln würde ich Experian anfragen, vielleicht Social Media mäßig oder so. Oder ich bin gelernter Mediengestalter, Bild und Ton, müsste ich mich nochmal wieder reinlesen so. Aber würde ich für irgendwas Kamera machen? Ja. Oder beim alten Chef die Eier lecken? Dass ich wieder unterbezahlt, Gänse scheiße. Wieder zurück nach Kino oder was? Ja. Ne, aber das wäre, also ich mache das jetzt seit fast zwei Jahren Fulltime. Ja, ich glaube, ich würde irgendwie Exit Scams machen. Pyramidensysteme und sowas alles. Also ich würde versuchen, irgendwas Geiles zu machen. Nicht so ein Standardjob, weil ich will eigentlich so in dieser Entertainment-Medienbranche bleiben. Aber ich würde auch so, also selbst wenn ich auf meinem eigenen Channel das nicht mehr machen könnte oder so, ich würde versuchen eine Show zu moderieren. Ja, ich glaube, ich würde auch so was, ich würde so Tick-Tack-Kanalog ziehen. Ja, same. Irgendwie sowas. Das, was man halt dann so kann in der Zeit, ja. Aber man wird auch, oder auf, also selbstständiger Basis irgendwas cutten oder so. Also irgendwas. Also man findet einen Job. Ja. Aber man muss, ich muss auch echt krass sagen, das muss ich dir mal zeigen. Das muss ich dir, ich zeige dir das jetzt, weil wir hatten ja das letzte Thema jetzt. Also Fragen würde ich sagen, war jetzt das letzte. Ja, safe. War aber geil. Stegi war ja bei mir. Stegi hat mich, mich hat eine unbekannte Nummer angerufen. Oh, ihr Wichser. Mich hat eine unbekannte Nummer angerufen und ich dachte so, okay, warum hab ich mich nicht eingespeichert? Gehe ich trotzdem mal ran. War Stegi und niemand weiß ja, wie Stegi aussieht. Und er meinte so. Dass ihr mich so spät erst angerufen habt, das war nicht so traurig gemacht. Ich hab gesagt, lass es direkt machen, aber das war halt, also er hat gesagt, er kann nicht lange. Und am Ende meinte ich halt, ja, wenn wir zu ihm fahren würden, würde es gehen. Also wenn wir zu dir fahren würden, würde es gehen. Aber das würde halt nicht geklappt. Nächstes Mal. Und deine Freundin hat ja auch noch Corona zu der Zeit. Ja, äh. Und er meinte so, er hat mich heute nachts drei Uhr angeschrieben, was ich heute Abend mache. Ich hab noch nicht geantwortet. Digga, mich hat er geghostet. Was ist das für ein Wichser? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er war da, er war bei mir zu Hause. Wo ist mein anderes Handy? Gerät hier. Er ist wirklich sexy Motherfucker. Echt? Ja. Wieso zeigt er sich nicht? Will er bald. Okay. Und er hat mir was gezeigt. Das ist wahrscheinlich schon übel alt. Wir hatten ja diese Chat-GPT-Folge, weißt du noch, wo du so übel buff warst von AI. Ja. Digga, er hat mir eine neue AI gezeigt, die Bilder macht. Und das ist insane. Oh nein. Nein, Bro, das ist wirklich, also du glaubst das nicht, wenn du das liest. Ähm, ich hab das auch schon im Stream gemacht. Pass auf. Das ist, das ist AI, das ist nicht echt. Guck mal. Das ist, oben steht, was er eingegeben hat. Das ist computergeneriert. Okay. Ich hab das sogar für dich gemacht. Ich hab, das Bild hab ich dir aber noch gar nicht geschickt. Ich hab ein Bild von dir hochgeladen und gegeben, Pro-Gamer, Fat-Guy-Eating-Snacks. Und das war's legit du, der vorne im Computer sitzt, wartet, bis die CS2-Beta erscheint und sich Pizza reinfrisst. Nein. Doch, und das sah aus wie du. Zeig. Ähm. Du musst ja jetzt sagen, wie das heißt. Ja, Midway-Journey ist das überkrankt. Du kannst, damit kann man Thumbnails machen. Das letzte Thumbnail von Dave ist damit gemacht. Das ist ein AI-Thumbnail. Wirklich? Ja. Du musst mir halt den Namen schicken, ne? Leute machen da, Leute machen damit halt Thumbnails, ne? Warte, das mit dem Golfball? Ja. Nice. Das ist krank. Lol. Und, ähm, und das kostet, also, das kostet eigentlich nichts, aber du, eigentlich kostet es schon was. Also, du hast, das kostet nichts, das zu benutzen, aber es ist halt immer so überfüllt, dass die halt sagen, ja, du brauchst Premium. Kostet 8 Euro im Monat. Aber ich glaub, ich mach das jetzt. Das ist worth it. Es ist, bro, es ist insane. Du brauchst, du brauchst, du brauchst, legit, also, Midway Journey. Midway Journey, ja. Du brauchst, du brauchst, was ich halt gruselig finde und deswegen sag ich auch, wenn's halt irgendwie nicht mehr läuft, du brauchst theoretisch keine AI-Designer mehr. Du brauchst keine Twitch-Emote-Artists mehr. Du brauchst keine Offline-Screen-Artists mehr. Du brauchst keine Artists mehr. Du brauchst einfach AI, ja. Du brauchst es nicht. Es ist wirklich, wirklich gruselig. Krass. Wirklich gruselig. Das ist wirklich gruselig. Crazy, Digga. Midway. Ich würd's mal ausprobieren. Sick. Das ist ein Discord-Server, ne? Das musst du überlegen. Das ist ein Discord-Server. Du schreibst einfach in deinen Discord-Channel rein, slash imagine, und dann gibst du einfach Prompts ein. Du gibst einem. Digga, ich hab eingegeben, ich hab eingegeben, Fortnite-Render, Donald Trump smoking a joint. Und es kam legit eine Fortnite-Figur raus, die sah aus wie Donald Trump, die hat ein joint geraucht. Ja, kannst du keinem erzählen. Wir müssen eigentlich auch mal so eine Chat-GBT-Folge machen. Ja, ja. Aber jetzt machen wir erstmal Feierabend. Ja, jetzt machen wir Feierabend. Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat. Längste Folge bis jetzt jemals. Ja, ja, ich glaub auch. Special-Folge, die 70. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen, das wär so wichtig. Folgt uns auf Instagram, das ist noch wichtiger, auf zwei Vermengte, aber auch auf Philo und Zabex, ganz, ganz wichtig. Guckt auf Twitch vorbei, das streamen wir täglich. Twitch.tv slash Zabex, twitch.tv slash Philo und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Geil. Ja? Hoffentlich mit Gast. Klar. Mit dem sind ein Leckdarsch. Ja? Ja, Tschu. Ja. 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 Ja.